Und dann bauen wir hier weiter an der, an dem Bahnhof. Oh mein Gott, Hilfe. Achso, Moment. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie live sind. Ich würde gerne Ihren Chat. Freunde, ich liebe das, wenn ich durch deine TikTok-Videos durchscroll und einfach Freunde, 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 Freunde. Es ist so lustig, wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klop, klop. Äh, ah. Beitreten. Hallo, Fabi. Hallo, Fabi. Wieso funktioniert denn das nicht? Ah, zustimmen. Fehler ist aufgetrunken. Gemeinsam im Chat starten. Zustimmen. Ja. Juhu. We did it again. Hm. I don't knopf. Was? Irgendwie. Du nicht? Du bist nicht schon Knopf? Nee, der will hier nicht. El Momento, ich lade mal die Stream-Übersicht neu. Zustimmen. Bitte versuchen Sie es erneut. Hä? Hm. Das mobbt dich, merkste, ne? Ja. Fuckin' Kack. So. Der Fabrikeingang ist gebaut, das muss jetzt nur noch schön sein und der Bau muss weg. Der ist hässlich. Ah, jetzt. So. So. Und so. Reißen wir erstmal die ganzen alten Krams hier ab. Warum habe ich hier so eine Zwischenebene gemacht? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich mir grad auch nicht. Ist mir wieder völlig unerkannt. So. Oh, äh, die beiden Spiele, die du mir geschickt hast, ne? Ja. Die sind ja mal übel. Übelst. Also, äh, hier, äh, Edencrafter. Das habe ich schon gespielt. Mhm. Das habe ich dann aber abgebrochen. Äh, auf Grundlage von, alter, das will ich in einer Vollversion spielen. Die, äh, nächste Woche rauskommt. Ja, ja, genau, deswegen hatte ich sie geschickt. Und, äh, das andere, das, äh, sieht ja auch mal mega aus. Oh, das ist so gefährlich. Ehrlich, ich darf nicht durch TikTok scrollen. Ich finde uns einfach nur noch neue Spiele. Das ist nicht gut. Nicht? Ja, doch. Aber, Mann. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Meisterkuchen, was geht? Und das PC, moin. Hallo zusammen, TikTok böse, so bin ich auch hier gelandet. Ja, TikTok ganz böse. Und vor allem ganz böse bei neuen Spielen. Oh ja. Es kommt sehr viel raus. Sehr viel. Wir werden, uns wird niemals langweilig werden. Muhaha. Ich weiß jetzt nicht, wo da das Problem dann liegt. Ich auch absolut nicht. Das ist so krass. Nein, das sieht geil aus. Genau so möchte ich das haben. Was? Oh Gott. Ach so, genau. Multistream. Ach ja. Da war ja was. schön. Schön ist, dass das jetzt dann bei uns beiden im Chat steht. Ja, ich mache auch noch einen dazu. Ja, wunderbar. Oh, Gowa, Gowa, Hi. Danke, Gowa, genau das was er sagt für den Follow und willkommen, Rudel. Ja, danke für den Follow. Genau, Multistream ist angepinnt in beiden Chats. Da könnt ihr einfach raufklicken und dann könnt ihr beiden Leuten zugucken, in einem Chat schreiben. Die Nachrichten sollten in beiden ankommen. Danke, dass Pese für den Follow und willkommen. Auch dir im Rudel. Irgendwie, also einerseits freue ich mich ja, aber andererseits ist das nicht gut, mit dir zu streamen, wenn du so viele Follower dazu kriegst und die dann zu mir rüberkommen, weil Streamen hat keinen Sound Alert. Das ist schlecht. Ich habe den Sound aber gehört. Äh, weil das Ziel rückt langsam näher. Hehehehe. Arschloch. Was machst du eigentlich Halloween? Weiß ich nicht, warum? Ach, man könnte... Keine tausend Follower haben, um das, äh, Dingen machen zu müssen. Soll ich wieder entfolgen? Nee, nee. Aber, ähm... Auch eine coole Option. Also, sagen wir mal so, seitdem ich ein dummes Versprechen gemacht habe, kacke ich mir so ein bisschen in die Hose. Je näher ich dem, also ich meine, ich bin noch voll weit davon weg, aber je näher ich den tausend Followern komme, weil, ähm, an diesem Tag oder an dem Tag nach, an einem Stream nach diesem Event, ähm, werde ich sterben und, äh, wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Ja, man könnte da auch einfach den Stream effektiv nutzen, um an dir Herzmedikamente zu testen. Ja, ja, Beruhigungspillen auf jeden Fall. Auch wenn ich mir sicher bin, dass sie nicht wirken werden. Klingt leicht überdramatisiert, ja. Hm. Hm. Ich weiß nicht. So. Also. Du bist neugierig, also, naja, Sterbenverstöße gegen Twitch-Richtlinien. Äh, wahrscheinlich. Ja, das, das, ähm, ich versuche das natürlich nicht zu tun, ähm, aber, naja, selbst wenn, was soll Twitch machen, mich bannen? Da, 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 da. Da, 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 da. Ähm, nein, ich, äh, bin ein übertriebener Schisser, was das ganze Horror-Game-Genre anbetrifft. Ich, ähm, habe in Insatisfactory schon rumgeschrien, weil ich mich erschrocken habe, weil mich auf einmal ein Vieh angegriffen hat. So als kleinen, damit ihr einschätzen könnt, welches Level von Schreckhaft ich bin. Und ich habe gesagt, dass ich bei den 1000 Followern dann, ähm, Phasmophobia in VR spielen werde. Ja. Das wird super. Das wird furchtbar. Bitte sag nicht, dass du den Arachnophobie-Modus anhast. Natürlich habe ich den Arachnophobie-Modus anhast, sonst würde ich halt noch mehr rumschreien. Ich weiß nicht, ich habe von vielen Leuten mittlerweile gehört, dass sie den Arachnophobie-Modus schlimmer finden als den normalen. Der, der Sound ist nervig, ja, aber ansonsten weiß ich nicht, ich kann diese Viecher nicht sehen. Boah, da schüttelt es mich direkt. Ja, die erschrecken sich mehr vor den Katzen als vor dem, äh, vor den Spinnen. Nee, das ist bei mir nicht so. Oh, sei froh. So, ich knall euch den, den Follow-Sound jetzt wieder auf volle Lautstärke da rein. Wenn euch die Ohren wegfliegen, sagt nicht, ich habe es nicht versucht, leiser zu machen. Okay. Aber eigentlich, warte mal, ich kann das nochmal replayen. Jetzt solltet ihr den Sound hören. Ich höre den immer noch kaum, aber er ist da. Was soll das, Fabi? Sie wird sterben. Was? Ich dachte, wir wären Freunde. Wie dieses leise Lachen im Hintergrund hochcreept und ein Arschloch. Servus, Epic Morph. Hallo, Epic Morph. So, äh, und Kuchen wollte die, das Tor sehen. Oh ja, oh Moment, ich habe deinen Stream mal wieder nicht so auf, wie ich es haben sollte. So, jetzt habe ich deinen Stream auf. Obwohl, ich kann nicht ja einfach auf Vollbild machen, weil dein Chat ist ja auch quasi in meinem Chat. Joa. No. So, das ist das Tor. Ich habe absolut keinen Clickbait betrieben, würde ich nie machen. Was? Nur ein kleines bisschen gebaitet hat er. Oh, verdammt. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Oh. Ähm, kurze Frage. Mhm. Wie kann ich die Standardfarbe von den Betonwänden wieder umstellen? Äh, da musst du Standardwände Betonfarben ändern. Ja, aber nee, ich meine die Farbe von der Betonwand, weil die ist jetzt so schwarz, dunkel. Du hast irgendwas gemacht. Oh, diese Scheißspiele, ne? Nein, eigentlich magst du es. Es geht. Äh, ist umgestellt. Dankeschön. Ist noch nicht umgestellt. Ähm, nein, ist nicht umgestellt. Äh. Ja. Ja, jetzt ist es orange. Ich habe deinen Stream pausiert. Ich bin auch intelligent. Intelligenz. Äh. Ich habe mal eine Frage bezüglich der Blueprints. Äh, wie kann man die einfügen? Ah, die musst du in deinen Savegame-Ordner reinladen. Auf Farbfeld-Betonstruktur. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt ist es die richtige Farbe. Dankeschön. Und, äh, warte, äh, danke, du musst nochmal auffrischen für meine Idee, die ich dir schicken wollte. Ah, nice. Sa- Ach Gott, dieser Name. Sakai- Wat? Hitoshi. Sakai Hitoshi. Sakai Hitoshi. Hi. Äh, was wird heute gebaut? Ähm, wir machen einen Wartebereich und dann bauen wir jetzt noch drei weitere Bahnhöfe. Und dann gucken wir, wie wir das Zwischenelement hier reinsetzen, was man da so machen kann. Und dann bauen wir die nächste Ebene oben drauf. Und dann ist wahrscheinlich schon 22 Uhr. Ja, wahrscheinlich. Genau. So. Gott. Matthias, vierte von links. Möchte ich das machen? Nein, ich brauche darauf keine Antwort, nur. Okay. Äh, auf YouTube gibt es mehrere Videos, die das kurz erklären können. Äh, ja, hat mich so ein bisschen angesehen, aber da wurde gesagt, ich müsste mir etwas, weißt, kaufen? Nein. Nein. Also das Einzige, wo es, äh, Probleme geben könnte, wäre, äh, wenn du die auf einem Server einsetzen willst, anscheinend muss man das nämlich auch auf dem Server hochladen, was ein bisschen bescheuert ist. Aber sonst, äh, stehen die eigentlich vollständig kostenlos zur Verfügung. Das Einzige, was du kaufen musst, in meinem Fall, ist, äh, du musst das Spiel besitzen. Aber sonst willst du auch nicht die Blueprints haben, also, genau. Äh, Hä? Hä? Au. Au? Ah. Okay. Ah, was ein Gefühlswechsel... Nein, ein Wechsel... Meine Güte. Was? Bist du ein wenig... ...verwirrt? Fällt dir das jetzt erst auf? Ja. Ja. Äh, ja Standard halt, ne? Ah, im Confust. Confust as fuck? Ja, fuck as confust. Achso. Warum... Warum geht das hier? Aber hier nicht. Oder hier. Nice. Oder ich mach das... ...an dieser Stelle mit den kleinen Knöpfchen hier. Oh mein Gott, schon wieder so viel. Äh... Er meint im Customizer das vierte von links. Ah, dankeschön. Ach, naja. Äh, ne eigentlich musst du noch nichts kaufen. Wahrscheinlich meint er... Das... Es gibt irgendwie... ...die... ...verstecken ihre Blueprints... ...hinter Patreon. Jaaaa... Kann ich semi verstehen. Ähm... Ist halt nochmal was nice to have für die Leute, die bei Patreon sind und den Kanal unterstützen irgendwie, ne? Dass die auch was als Gegenwert bekommen. So seh ich das. Weil sonst... Was willst du auf Patreon... ...verhökern? Also... Ich wüsste jetzt nix. Ähm... Das war... Das war was mit dem Server und so weiter. Achso... Ja, also wenn du keinen Server hast, dann brauchst du das auch nicht. Äh... Danke Bluepen. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Schön, dass du dabei bist. Soundalert gehen, wuhu! Yay! Wuhu! Oh, meine nicht. Oh. Ja, mein Blurp. Kann ja nie alles haben, ne? Ja, doch jetzt. Ah, ja. Hallo, Lala! So... In dein Safegame-Ordner... Da müsste es ein Blueprint-Ordner sein, genau. Oh... Mein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammnis über du stinkender Moderteppich. Oh! Bluep... Pain? Bluepain. Bluepain? Äh... Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, wenn das in dem Chat drin steht. Weil... Wenn bei dir einer folgt und das bei dir im Chat steht, sieht das genauso aus, als wenn bei mir einer folgt. Ja... Ja... Danke für den Follow und für das Zielvollmachen von 270. Bitte hört! Danke schön! Nice! Äh... Gott! Am besten erstellst du selbst ein Blueprint... Genau! Dann erstellt er nämlich einen Session-Ordner und ein... Äh... Dingelskirchen-Ordner. All die Arbeit und es hat nicht funktioniert. Genau! Und jetzt fall ich auch noch runter. Also das hier ist dein Save-Game-Ordner und dann gibt es hier den Ordner Blueprint. Dann... musst du die Save raussuchen, wie du die benannt hast. Und dann... findest du da die ganzen Blueprints drin. Und da kannst du die wirklich einfach reinschmeißen. Das Spiel musst du an sich dann einmal neu starten und oder... äh... den Server noch einmal neu starten, falls das auch auf dem Server ist. Und du brauchst es halt in beiden Files, was ein bisschen nervig ist, wenn du einen Server hast. Genau! Show! Ich mach orangene Knöpfchen! Juhu! Ähm... Glückwunsch! Danke! Oh Gott! Der Bahnhof wird so riesig. Er sieht aber auch so ultra-nice aus, ne? Dankeschön! Oh Gott! Ich hab schon wieder was festgestellt. So, wir müssen da hin. Okay... Äh... Äh... Wo haben wir es denn? Das einzig nervige bei den ganzen Blueprints ist... Irgendwie... Frag mich nicht, wie... Du weißt, dass das zu verlockend für mich ist. Was? Erzähl zu Ende. Okay. Der speichert die Blueprints nicht... Zwischendurch nicht richtig. Also, ich hab die in Tunnel abgelegt. Jetzt bin ich heute da, sind die nicht mehr in Tunnel, sondern wieder unter unbestimmt. Oh ja, das hatte ich auch schon öfter. Das ist maximal nervig. Ja. So, und äh... Womit wolltest du mich jetzt mobben? Gut, dass ich ein Gehirn... Ich hab ein Gehirn... Ich weiß es nicht mehr. Alter, das waren drei Sekunden. Weißt du, es war so unwichtig, dass mein Gehirn das einfach direkt wieder verdrängt hat. Hm. Da kann es echt nichts Wichtiges gewesen sein. Nein. Das ist auch das Gute, wenn man mir Geheimnisse erzählt. Bei mir werden Geheimnisse unter total unwichtig abgespeichert und einfach direkt wieder vergessen. Dann kann ich es auch schon nicht weitererzählen. Oh, wow. Ja, hallo, das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Also, nochmal wegen gestern, ne? Zwei Städte hatten kein Internet. Zwei komplette Städte. Mhm. Das war ganz toll. Lass mich raten, Baggerfahrer. Mhm. Ja, war klar. Und da die Kosten sparen, wird natürlich sämtliche Internetanschlüsse immer Trassenredu dann zum Hauptverteiler gebracht, ne? Natürlich! Selbstverständlich. Deswegen musst du als Unternehmen auch nicht die komplette Trassenredu dann selber bezahlen, weil die da die kompletten Wege nochmal neu machen. Mhm. Zum Hauptverteiler. Und du denkst dir so, Leute, bitte was, ich soll jetzt die Strecke von 50 Kilometer bezahlen, damit ich ein Kilometer Trassenredundanz bekomme. Klingt nach einem menschlichen Goldfisch. Ähm, das kommt immer ganz drauf an. Also, wie gesagt, bei unwichtigen Informationen bin ich voll bei dir absolut. Das ist, ähm, zwei Sekunden da und dann ist es wieder weg. Deswegen kann ich auch nicht gut damit umgehen, wenn man mich beim Sprechen unterbricht, weil dann vergesse ich einfach, was ich sagen wollte. Ähm, aber bei allem Wichtigen, also was wirklich wichtig ist, was ich mir merken muss, zum Beispiel auf der Arbeit und so und während der Uni-Zeit und so, das klappt tatsächlich erstaunlich gut dafür. Also, bei mir muss das alles, ähm, gamifiziert sein, sonst kann ich mir Sachen nicht merken. Hm. Also, es muss mir Spaß machen, sonst wird das, äh, straight up unter, äh, nutzlos, äh, gespeichert und, ähm, wird nicht weiterverarbeitet. Hey, Herr Spese, ich arbeite bei einem Energie- und Wasserversorger, wo wir auch Leitungsauskünfte geben müssen, wenn jemand, wenn ein Tiefbauer irgendwo was aufreißen will und die sind trotzdem alle zu blöd, die Leitung nicht zu beschädigen, obwohl sie die Karten dafür haben und die genau da liegen, wo, wo es eingezeichnet ist. Hey. In 80% der Fälle. Wuhu. Ich arbeite bei einem Unternehmen, was auf sowas angewiesen ist und die schaffen es trotzdem nicht, das umzusetzen und ich kriege einen Anfall. Ähm. Hm. Ich hab mich eingesperrt. Nein. Was? Das funktioniert so nicht auf dem Server, da musst du noch einen anderen Ordner hinzufügen. Ich hab's direkt unter das Savegame abgelehnt und das hat sofort geklappt. Und dann musste ich den Server einmal neu starten. Wir treiben ein Metasystemportal und vermitteln den Kontakt zu den Infrastrukturbetreibern. Hm. Ja. Du bist also Tinder für Internetanbieter? Haha. So, so hätt ich's jetzt vielleicht nicht ausgedrückt. Oh, das ist die einfachste Beschreibung, ne? Ja. 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 So, ich werde das hier etwas anders machen müssen. Ja. Ja, die Trinkflasche war von unten noch nass und jetzt ist sie trocken und meine Hose ist nass. Haha. Entschuldigung. Das war sehr gemässlich. Ja, alles gut. Es tut mir leid. Äh. Äh. Eher Tinder für Planer und Tiefbau, so brauchen die nicht selbst recherchieren, wer... Oh ja. Das ist nice. Ja. Habe auch Jahre in der Energiebranche gearbeitet. Ach cool. Ja. Obwohl ich noch nicht das mache, was... Oh mein Gott. Wofür meine Stellenausschreibung eigentlich war. Verdammt sein wirst du stinkender Moderteppich. Weil ganz ursprünglich sollte ich Projekte machen. Und jetzt mache ich aktuell Breitbandbaustellen. Hm, nice. Ähm. Ein Ungläutiger im Hoch des Meisters. Verdammt sein wirst du stinkender Moderteppich. Du versuchst den Namen auszusprechen und kriegst es nicht hin? Nein, ich habe gewartet, äh, bis der Satz du stinkender Moderteppich werde ich wahr. Aber, ähm, danke für den Follow the Dave Zombie und, äh, Hitoshi. Ähm, Dankeschön. Sag mir, dass du einen Namen nicht aussprechen kannst. Ja, sag mir, dass du einen Namen nicht aussprechen kannst, ohne mir zu sagen, dass du einen Namen nicht aussprechen kannst. Ich bin Legastheniker, ich darf das. Ja, okay, absolut. Ja. Nein, weiß ich nicht. So. Wow, triggert mich das gerade. Was denn? Oh, das geht ja aber gar nicht. Oh, willst du jetzt schon wieder an meinen Bauten hier rummeckern? Ja, also du müsstest die Tür, ne, ähm, ähm, hier hinsetzen. Nein, geht nicht. Und, äh, die andere dann hier hin. Geht nicht. Geht wirklich nicht. Ja, sag ich ja. Oh. Und wieso ist da kein Loch in der Wand? Ja, ja, das glaub ich dir. Du brauchst nur einen Chat aufhaben, wenn das dann leichter ist. Ähm, was, 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 was hast du gesagt? Ich hab nicht genau zugehört. Äh, äh, warum da kein Loch in der Wand ist, da. Weil das auch nicht passt, weil hier zwei Wände überlappen. Ja. So. Äh, so. Äh, genau, haha. Es verwirrt mich, wenn ich... Ah, das hattest du gerade. Äh, mich jeweils im Anderen. Ja. Ähm, dann schließ einen Chat. Und Meisterkuchen, ey, das find ich immer noch... Der Name ist so gut. Ja. Ähm. Es erinnert mich noch an was anderes und das wollen wir nicht genauer definieren. Ähm. Der Farbcode, den kann ich dir gleich eben sagen. Moment. Äh. Was, was, was erinnert dich an etwas, was du nicht genauer nennen möchtest? Sag ich nicht. Bitte. Bitte. Und sag mir vor allem, was du meinst. Äh, den Namen Meisterkuchen. Ach so. Ja, okay, ja, ich zieh, ich zieh. Oh. Hm, oh. Ach, das Tor zu deinem, äh, Bahnhof. Richtig? Genau. Ja. Das sieht so gut aus. I love it. Äh, ich geh auch wieder, muss noch lernen. Äh, ich... Sakai Hitoshi. Sakai. Nein. Sonst kannst du dich, äh, können Sakai und der Cox sich zusammentun. Äh, sorry. Ähm, ich wünsch dir einen schönen Abend und viel Erfolg beim Lernen. Viel Erfolg. Als Ausbilder muss ich sagen, mach weiter so, Lernen ist das Wichtigste, gut. Als Legastheniker sag ich dir, ich hasse Lernen. Äh, ich kann sowas nicht. Ähm, und das PC, aber dann bekommt, bekommt ja nur einer meine Watchtime, kann mich aber nicht entscheiden. Äh, du kannst, äh, auf Multi-Twitch unterwegs sein, da bekommt beide deine Watchtime. Genau. Das ist der Link, den wir beide bei uns in den Chats oben angeheftet haben. Wenn du da drauf gehst, kriegen wir dich beide quasi als Zuschauer, aber du siehst halt rechts nur einen Chat. Okay. Mani, wie spricht man den Namen richtig aus? Ich bin da immer komplett falsch. Das Pese. Das Pese? Okay. Weil Pese würde, das ist, das ist das E mit diesem kleinen Strich oben drüber, mit dem Axon Tegu, äh, Axon. Ah, okay. Ja. Keine Ahnung, ich war ein Französisch schlecht. Das den hab ich auch, oh Gott. Ich hoffe, du hast auch bei jedem Tab den Sound an, um die maximale Verwirrung nicht nur geistig und körperlich wahrzunehmen, sondern auch noch durch weitere Sinne wie Augen und Ohren. Wie war das? My brain is like a browser, 15 tabs open, the most of them are not responding and where the fuck is the music coming from? Ja, das trifft es auch so. Auf keinen Fall, das wirst du dir die, oh Gott, ja, hast du recht. Oh Gott, wie komm ich denn jetzt am geschicktesten und schnellsten zur Fabrik? Und die ist zu weit weg. Verdammt. Verdammt. Ich muss zufahren. Danke, Schrotti, für den Follow und willkommen im Rudelchen, dass du dabei bist. Hallo, hallo. Nur 15? Ja, ja, in den guten Zeiten nur 15. Ungläubiger im Haupt des Meisters. Verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Dankeschön, Technowave. Oh, geiler Name. Love it. Willkommen im Stream und Chaos und... Ja. Wenn jetzt jemand Epilepsie hat, sollte man mal nicht meinen Stream angucken. Meine Schilder leuchten nicht. Du kannst unten bei der... Warte mal, ich muss mal eben ein Schild platzieren, damit ich das genau erklären kann. Du hast, wenn du in die Einstellungen reingehst und links den Balken ein bisschen runter ziehst, das hast du bei Materialeinstellung Ausstrahlungsstärke. Und da kannst du das auf drei stellen und dann halt die Farbe entsprechend einstellen und alles. Und dann leuchten die Schilder auch. Wenn es jetzt natürlich hell erleuchteter Tag ist, dann wirst du das Leuchten vermutlich erstmal nicht sehen. Aber ja, bei der Ausstrahlungsstärke kannst du die Lichtintensität einstellen. So kannst du zum Beispiel auch, was ich ganz gerne mache, wenn ich kleine Schilder platziere, wo nur ein Icon drauf ist, dann stelle ich die Beleuchtungsstärke ganz gerne komplett aus, damit ich das Icon auch anständig erkennen kann. So, du darfst. Dankeschön, Mr. Sheffield. Sheffield? Sheffield? Sheffield. Genau. Dankeschön für den Follow und danke für den Sub. Das freut mich sehr. Willkommen im Stream. Ja, das nimmt langsam Überhand. Ja, es ist so krass bei dir gerade aktuell, was bei dir abgeht. Und alles nur, weil ich Blueprints für fünf Stücke postet habe. Es ist ultra krass einfach. Das sind mittlerweile... Wenn du willst, kannst du die beiden... Obwohl die Streben dafür braucht man eigentlich den Blueprint, weiß ich nicht. Wenn du willst, kannst du den veröffentlichen. Oder auch diese überdimensionale Wandlampe. Das kannst du auch einfach im Discord posten. Oh yeah. Äh, ja das sind... Hier, jetzt, warte. Ich muss mich konzentrieren. Das war nicht gerichtet und nicht an mich. Dankeschön. Ich will schon wieder das Pese sagen. Danke, aber geht immer noch nicht. Das Pese. Das Pese. Ähm, dann gibt es eine ganz einfache Methode. Des Informatikers Trick Nummer eins. Hast du das Spiel schon neu gestartet? Also das hat die... Have you tried. Ja, have you tried to... Shut the system down. Oh, danke. Das hilft wirklich. Oh wow. Das hat sich sofort in meiner inneren Stimme im Kopf umgestellt. Ja, wie Käse. Käse. Ja, danke Pese. Ich habe die Hoffnung auch aufgegeben, dass er meinen Namen jemals richtig aussprechen wird. Ja, Ellie, ich geb mir da echt viel Mühe. Erst war's Manni, also mit Doppel-N, und jetzt ist es Manni, als hätte ich ihn eh noch hinter dem I. Ich habe es aufgegeben. Guck mal nach links. Das ist richtig. Das ist aber mein Hund, ja ich weiß. Na ja Mannichen. Wie geil. Äh. Haus. Haben sie versucht das Gerät wieder aus und einzuschalten. Äh, äh. Wo muss ich lang? Da. Genau. Das ist immer Standard. Deswegen auch der... Wenn ich auf der Arbeit bin und, äh, mich auf irgendein System... Oh. Äh, irgendwo auf ein System drauf schalte. Windows-Taste drücken. Rechtsklick auf die Taskleiste. Taskmanager starten. Auf Leistung gehen. Den CPU auswählen und hier gucken. Wenn hier... Die erste Zahl eine Eins ist... Ist jeglicher Fehler, den du mir erklärst... Falsch. Du startest erstmal deinen Rechner neu, bevor wir uns weiter unterhalten. Ooooooh. Ups. Dieser Hund ist einfach so kuschelig. Kann ich mich mal dran gar nicht aufhören zu puscheln? Ja. Okay. Aber schwer. Schwer. Ups. 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 Ich brauche Ich kann das nicht einstellen Weil ich keine Kanalpunkte habe Sonst hätte ich gesagt Ich stehe bei den Kanalpunkten ein Dass ihr Schmecki für den Hund Raushauen könnt Ich hole mal eben Schmecki Ich bin gleich wieder da Oh Gott der Ärmste Kriegt keine normale Nahrung mehr Sondern nur Snacks So Ich habe meinen Rechner vorhin erst hochgefahren Hab trotzdem eine 1 Und ist wieder so eine Einstellung Schnellstart oder Ja genau Musst du unter den Energieoptionen Deaktivieren Mache ich auch andauernd Weil der zählt das dann nicht richtig Und dann startet das System Zwischenzeitlich einfach nicht sauber Hättest du nicht nachschrocken brauchen Hatte ich auch machen können Dachte nur es hat einer im Kopf Achso Ich war mir sicher mit 4 Also ein Terminal ist immer 2 lang Deswegen Ja Ich bin wieder da Ich wollte noch irgendwas anderes sagen Deswegen habe ich so lange überlegt Oh mein Gott Oh mein Gott Achso Aloha hey Oh Wuhu Ähm Ich habe mein Follower Ziel erreicht Wuhu Dankeschön Danke Epic Marv für den Follower Und wir kommen auch dir im Huckel Und schön dass du dabei bist Genau Danke für den Follower Epic Marv Oder Morv Where the hell What's that coming from Das ist äh Hier wie heißt das gleich noch Wenn man zu viel Metal hört Ah ok Ja das erklärt warum ich das nicht kannte Kennst du Ah ne Kennst du nicht Du kennst keinen Pick-Hor Nein Das ist Schweinsgesang Ja genau so Und daraus dann Lieder Das darf auch keiner klippen Äh Oh das war grad Gofi Wenn du so weitermachst Sterbe ich wieder Ok So wie letztes Mal Als ich 10 Minuten gebraucht habe Um mich vom Lachen wieder einzukriegen Mhm Weil der eine Badeschlappe In die Fresse bekommen hat Das sah aber auch zu gut aus Oh ja Und ich dachte wirklich Dass das der Controller war Dachten ja alle Der musste sich ja korrigieren Lassen Obala Ich wollte nicht dagegen auch Er musste eine Klarstellung Durch äh Stream Clips Germany machen Genau Ey jetzt war ich den ganzen Weg Hinten bei unserem Standort Ne Ja Ich hab vergessen Was hast du vergessen Beton mitzunehmen Weswegen ich da überhaupt Erst hingereist bin Nein SCG Nicht TCG SCG genau Stream Clips Germany Service Service Information Ich hab 15 Euro 21 bei Rewe ausgegeben Ja genau Ehemals TCG Ach so Das ist das Gute An zwei Chats Wenn unsere Chats Zusammen sind Wenn ich nicht weiß Wie ein Kommentar gemeint ist Dann lass ich den einfach stehen Und du willst ihn dann Irgendwann kommentieren Dann muss ich das nicht machen So ist das also Ja natürlich Was hast du denn gedacht Nur das Beste von dir Das ist ne Lüge Was Auch nichts Diese Unterstellung Weise ich von mir Bitte weisen sie sich aus Aus welcher Anstalt Kommen sie Kann ja auch mit Ed Oh ja Kann ja auch mit Ed arbeiten Na alles gut Manchmal sind die Sachen Auch an mich gerichtet Wo finde ich Ja jetzt nicht das erste Mal Und dann Ja Ignoriere ich das einfach Bis er drauf antwortet Genau Also Ein Ungläubiger Im Hort des Meisters Verdammnis über dich Verdammt sein bloß du Stinkender Moderteppich Ein weiterer Moderteppich Ist beigetreten Ähm Willkommen in den Gräber Des Streames Ähm Ja Ähm SVB 2007 Willkommen im Stream Und Epic Morph Das ist Der beste Name Äh Du gehst In deine App Äh Da war jemand schneller Aber genau Du gehst in deine App Data Und dann musst du halt gucken Ähm Welche Session ID Deine Aktuelle ist Ich würde dann einfach speichern Dann ändert sich das Änderungsdatum Und da ist das darinne Und dann Genau Gibt es da Gerade den Weiteren Äh Ordner Den Pese Gepostet hat So Äh Hab's inzwischen In der Zwischenablage Ähm Und mittlerweile Und mittlerweile sind es Ich hab dir 56 Saves Anscheinend geschickt So um den Oh nee Doch nicht Warte Es sind nur 44 Saves Hab ich dir geschickt Nur 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 Aber da könnte man einfach mal auf dem Server Ein ganz altes Safe laden Oh Depressiv werden Und dann Bam Oh ich glaube ich würde dich töten Er ist nicht erreichbar Was mach ich denn jetzt Ja genau für die äh Map hab ich das eigentlich auch Ja genau für die äh Okay. Ach, toll. Ach, du hast gerade ein Schmeckchen gekriegt. Was willst du denn jetzt? Nein, das wirst du nicht tun. Süßigkeiten, Schirps, Pringels. Ich rede nicht mit dir. Meine Vergesslichkeit wurde mir zum Verhängnis. Ha, ich bin nicht die Einzige. Ja, du brauchst nur eine Stromverbindung verbinden. Ich habe die untereinander alle miteinander verknüpft. Das heißt, egal welche Seite du anschließt, alle Nübels im Dingelskirchen haben dann Strömchen. Sonst, ein anderer Tipp ist es, speicher einfach mal irgendeine Blueprint. Und dann guckst du da nochmal rein. Dann sollte es eigentlich da drinnen stehen. So, und ich muss jetzt die HyperTube Cannon anpassen. Oh. Genau. Das war falsch. Halt! Nein! Ah, das war auch falsch. Falsch rum. So, kann ich jetzt? Ähm... Ja, kann ich. Halt, Raum. Tada! Oh, kakö! Oh, kakö! Oh, kakö! Oh, kakö! Äh, ja. Es kommt drauf an, wie alt dein Profil auf dem PC ist. Meins ist irgendwie schon gefühlte 40 Jahre alt. Ähm... Also quasi so alt wie du. Oh, kakö! Oh, kakö! Oh, kakö! Oh, kakö! Ach, nix! Oh, kakö! Ist das älter als ich? Oh, kakö! Ich wollte schon sagen, mit 12 da... Also, als du 12 warst, war ich doch schon da. Zu Windows... Zu Windows 98 Zeiten. Oder 96? 95? Ähm... Weiß ich was. Ähm... Sehr alt. So wie du. So... Ach... Aber nicht älter als Lada, das ist schon mal gut. Gut... 2... 0... 1... 1... 1... 2... 2... 1... 2... 1... Ja, das ist einfach... Ist doch ne Reisehöhe. Ich hoffe, ich schaff's auch. Oh ja, das sieht gut aus. So. Okay, in Brood gibt's meine Testwelt, aber nicht auf die... Soll ich mein Spiel einfach mal schließen? Ne, ich würde aus der Testwelt, äh, nicht Testwelt, sondern aus der, wo du gerade spielst, nochmal ein Blueprint erzeugen. Was du dann einfach mal eben kurz speicherst. Hm? Und dann nochmal gucken, ob das dann da auftaucht. Oh! Huh! Ähm. Das Pese, ja, ist klar. Ich hab mit Windows 3.1 angefangen auf meinen 286er. Das ist ja wirklich von Annotok. Also ich habe angefangen mit, ich weiß es nicht mehr, ich glaub Windows XP oder so. Oh, das geht ja auch noch. Oh, nö. Mein erster PC war mit Magnetband und so groß wie ein Klassenzimmer. Äh. Wie so mehr als ich. Ja. Wie viele Jahre hast du deinen ersten PC gehabt? Und warte, ich zeig gleich mal, äh, ich hab Fabi auf dem, äh, bei YouTube gefunden. Das kann ich gleich einmal eben kurz zeigen. Moment, bis ich abgestoßt bin. So. Wir brauchen gar keinen Fernseher. Wozu auch schließlich haben wir ne Menge Fantasie. Das ist Fabi. Das ist Fabi. Eine große Menge Fabisi. Entschuldigung. Äh, ja. So, oh Gott. Er hat mich letztens schon für den Wortwitz Fabi haft, äh, hast. Oh, dafür würde ich dich auch prügeln. Tja. So. Ja, mit meinem nächsten Geburtstag bin ich die Antwort auf alles. 42. Okay. Ich darf sie prügeln. Hahaha. Hahaha. Nein, mich darf keiner prügeln, okay? Boah. So, ich hab mit nem 386-Jähriger DX40 angefangen. Äh, äh, ja. Ah. Okay, ich werd gleich machen. Meinen Strom in der, in, oh Gott, ist in jeder Fabrik ausgefallen. Ich muss das kurz behoben. Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass wir da sowas nicht mehr haben. Nein, ich muss das. Nein. alles klar alles klar akw abfall lager war voll ja netzschalter oder prioritätsnetzschalter prio weil dann kannst du es ja einfach benennen und dann verschieben und dann passt das eigentlich wieso funktioniert denn das nicht richtig ist die länger aber da vor akw habe ich auch noch angst oder auch angst das war ja auch kacke darum habe ich nur zwei so das gute ist dass durch das schienennetz ein strom fließt und nur ein bahnhof für je eine stromleitung anbringen muss ja das nutzen wir auch darum habe ich nur zwei strom produktion ja wir haben aktuell drei oder vier und dann kommt irgendwann der koloss dazu mal kicken ja bei der akw müsst ihr aufpassen mit dem abfall ein akw braucht circa 20 stunden um einen großen um ein großes lager zu füllen das ist nicht gut weil das bedeutet ja eigentlich wir bräuchten 64 lager für für ein bisschen was für ein tag wenn die übertaktet sind würde ich das ganze mal drei rechnen nehmt der doch mal drei oh god ja ich war gerade am überlegen wie viele lager wir bräuchten damit wir eine woche durchhalten aber das kannst du ja vergessen also müssen wir quasi erst die verarbeitung bauen dann ja definitiv es gibt doch sicherlich mods die sich um das akw waste problem fümmern oder es gibt äh du kannst ähm das waste verarbeiten ja das musst du halt nur bauen und ähm mods funktionieren aktuell noch nicht soweit ich das gelesen habe ah zumindestens habe ich es bei ungefähr 200 stunden angeschlossen und war voll bei 200,5 stunden mach mal eben licht an es sieht aus als würde ich mit der couch gleich sein also gleich verarbeiten so ja äh das pese ähm viel spaß im lurk und äh guten hunger berichte uns später was es feines gab also bei mir gab es ein onigiri und den rest vom döner von gestern weil ich den nicht aufgeschafft habe ok aber ich glaube ich nehme mir gleich noch ein onigiri so die fabrik läuft jetzt muss ich nur noch kupfer anschließen achso moment der ganze was wird ja gar nicht abtransportiert ne warum auch ja ne stimmt tomatenfisch auf brötchen das ist auch lecker was ist tomatenfisch bitte nicht sagen tomaten mit fisch ja fischfilet und tomatensoße verdammt 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 thi Here dieser hoffe bei es ist verschwärten November sch Battlefield warum baut ihr eigentlich so viele fabriken und nicht eine große für alles also für meinen teil ich finde es schöner wenn man verschiedene kleine fabriken hat man hat ja die möglichkeiten hier die ganzen sachen zu transportieren deswegen ist mir das eigentlich relativ egal ob die alle in einem fleck sind oder alle in verschiedenen ja bei mir ist es zum teil genauso zum anderen teil da wir hier zu zweit spielen und jeder hier so sein ding auch mal machen kann ist das dann ein bisschen entspannter weil bei einer mega fabrik ich glaube da würde es dann öfters mal zu irgendwelchen streitpunkten kommen wenn dann stockwerk nummer drei nicht stahlplatten sind sondern irgendwas anderes und das hat auch performance gründe genau man sieht ja schon schön wie es bei ihr leckt wenn sie nach oben schaut was bei mir leckt nicht wenn ich nach oben gucke das liegt wenn dann am stream das ist nicht das spiel an sich das läuft super duper flüssig ja auch so wenn du nach oben guckst leckt es nicht okay dann liegt vielleicht nicht an mir hätte ich jetzt gesagt sonst gucken noch mal nach oben ach das band nach oben ja das kann gut sein weil das mit ich glaube mit dlss berechnet wird oder so und da hat er zum teil glaube ich schwierigkeiten eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf herzlichen glühstrom ich habe mich einfach komplett verzählt wo hast du dich denn verzählt leicht hatte ich nicht im kopf dass ich 16 raffinerien bauen muss und habe nur zwölf gebaut ja und jetzt einfach hier aus dem boden zu stampfen wird bisschen schwierig ja ich meine die richtung hätte ich ja noch das platz ganz theoretisch nur da muss ich doch gar nicht so viel abreißen nur ein bisschen ok ok ach du willst mich doch verarschen eigentlich nicht ich habe es geschafft eine halbe höhe von einer platte zu nehmen wow soo So, neben Eisen kommt Katerium, hätte ich jetzt gesagt. Nice. Man merkt richtig, dass ich den letzten Stream nicht, nicht, geistig nicht ganz anwesend war. Oh, warum das? Ja, wegen dem Verzählen gerade. Ach so. Ja, ey, komm, das passiert. Ich würde auch sagen, das würde jedem zwischendurch mal passieren. Besonders, wenn du da irgendwie 1600 Fabriken bauen musst. Hm. Das Ding ist, ich saß vorher ja auch eigentlich nur in Entschuldigungszeichen beim Tätowierer und hab mich über Jackie lustig gemacht, die Schmerzen hatte. Hm. Und du bist ein Vorbild für alle Beziehungen. Aber sie weiß, dass ich sie liebe, also von daher ist das in Ordnung. Hm. Als es ganz schlimm wurde, hab ich dann auch aufgehört. Aber am Anfang haben wir dann immer, also der Tätowierer und ich haben immer gesagt, also wir haben keine Schmerzen, also kann es nicht so schlimm sein, stell dich doch nicht so an. Boah, ich glaube, ich hätte dich irgendwann rausgeschmissen. Das Ding ist, dann hätte der Tätowierer halt einfach so weitergemacht. Jo. Oh mein Gott, so. Also mit dem alles geklappt, hab sie nur ingame nicht erhalten. Das. Braucht man noch den Blueprint-Maker auf der gleichen Stufe? Ich hatte irgendwo gelesen, eigentlich nein. Ich kann das dir halt nur nicht beantworten. Naja, eigentlich fügst du das Blueprint ja nur ein. Und du erstellst ja kein neues. Ja, genau. Oder willst du es bearbeiten? Wenn du es bearbeiten willst, dann brauchst du den auf der gleichen Stufe. Genau, da war ich nämlich auch der Meinung. Aber so sonst eigentlich eher weniger. Freunde der Sonne, ich glaube, ich muss mal eine ganz kurze Werbeunterbrechung machen und mit dem Hund gehen, weil die läuft hier die ganze Zeit fietschen neben mir rum. Oh. Ja. Ich geh mal eben eine Runde mit dem Hund und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. So, und Fabian noch da. Ich glaube, es ist die GPU-Auslassung und damit... OBS leidet damit, dass es... Ja, das wäre so einer der Gründe, warum ich mir zum Beispiel einen weiteren Rechner gekauft habe für streamen. Also das könnte ich mir halt auch vorstellen. Bis gleich. Bis gleich. üst見. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, okay Man kann OBS auch einfach als Admin starten Und den Windows Gaming Modus aktivieren Damit bekommt OBS eine höhere Priorität Okay Ich mag aber meine Spiele sehr quietschbunt Und mag es nicht, wenn die beeinflusst werden Durch irgendwas Deswegen Habe ich mir einen zweiten Rechner gekauft Weil ich die Grafik-Einstellung nicht runterdrehen wollte Und dann mache ich weiter Das wird so riesengroß das Teil. Dann müssen wir auch noch die gesamte Ware nach oben bringen. Das wird auch noch super. Das wird so riesengroß. 1, 2, 3, 4. Ja, ok. Äh, warte einen Moment. So, kannst du mir nochmal sagen, wo ich zu meinen Blueprints komme im Ordner? Aber Peso hatte hier Vatrain gepostet, El Momento. Ah, danke. Fabi, das hilft ungemein. Danke schön. So, es ist hauptsächlich der Encoder-Decoder-Teil, der 3D-Teil, der wird nur verwendet, wenn Psycho-Visual-Tuning aktiv ist. Das macht den Stream gerade bei schnellen Bewegungen und Detail schöner, aber halt mit ein wenig 3D-Einbußen. 3D-Teil, der 3D-Teil ist. Wir testen das Ganze jetzt einmal eben. Moment. Ah. Dankeschön. Guten Abend, Zuschauer. Individuelle neue Befehl hinzufügen. Machen wir Blue. Sagen wir Dead. Jetzt kann man Blue. Und sich das einfach auskopieren. Nice, das funktioniert. Super. Meine Küche ist nun erheblich kleiner, da wohnt nun eine Banane. Eine Banana? Nice. Und, welche Banana? Du hattest da mal verschiedene Arten von Bananen genannt. Ja, mach das. Also, ich bin da nicht so. Oh. So, jetzt ist die Frage. Ehe, der hat das bei mir nicht gemacht. Okay. Oh, japanische Faser-Banane. Musa Basayo. Was? Jo. 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 Gott, der, 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 der ist um. Empfang? Ja. Also, noch ein Baby. Okay. Ich hab Knapp eine Meter 80 groß Und weißt, was ich gelesen hab? Knapp 80 Meter groß Und dachte mir so Wie lange will er die da noch in der Küche stehen haben Bevor er sie umtupfen muss Aber ein Meter 80 ist auch schon Ein Bittenwatt Ein Bittenwatt Ein Moment Oh Ein Bittenwatt So Kleinen Moment So Knapp Also Wird so drei bis vier Meter groß Oh nice Die Bots reagieren nicht auf Commands Ich glaube die lesen den Chat aus Wie damals Und das Und das Chat zusammenführen Passiert mehr oder weniger Clients Ah Okay Okay Hey Ich glaube die so und hier kommt schwefel ne ich glaube du musst Ausrufezeichen noch davor setzen oder? ah ne ohne das wirst du dann ja Blueprint ja da hast du mit deiner kleinen Zeitgeschichte recht wenn ich nämlich jetzt hier Blueprint eingebe reagiert Stream Elements drauf also Stream Elements liest nur den eigenen Chat aus sag ich jetzt mal und nicht den angekoppelten was natürlich auch Sinn macht it's back schwefel schwefel kopfereisen haben katerium und schwefel hier müsste ja jetzt der nächste gleich reinkommen ich glaube die sind da schon am entwickeln obwohl ich glaube das sollte man eher einstellen können und nicht dass der wirklich auf beide reagiert weil wenn wir jetzt zum Beispiel beide dasselbe Command hätten was natürlich eigentlich Sinn macht wenn wir in beiden Schätze denselben Command hätten weil dann können wir einfach sagen Ausrufezeichen Blueprint dann können wir das einfach sagen und dann taucht das ja bei beiden auf das ist nochmal was Nices ok so das sieht aus als ob ich hier einen Plan hätte so 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 nice ok das funktioniert jetzt ist die Frage sollte ich hier einen oh Gott ja klar sollte man schon definieren können zumal es ja auch darum geht dass man Scheiße bauen kann man ist ja nicht immer mit dem selben Personen am Stream und braucht nicht immer dieselben Commands außerdem könnte ich dann also nicht Mod bei dir mit vollem Mod Permission randalieren CMDs ändern, Loyalty-Punkte ändern etc ja das wäre dann eine Gefahr auf jeden Fall ich konnte massacre nicht war Parange k ich ne ich . So, jetzt geht's. Okay, Twitch API, Docs, how to share chat, will work with, oh, chat, so other chat time. Ja, deswegen denke ich mal, dass die da arbeiten werden und Meisterkuchen hat mir Wort per Bahnhofdesign. Ja, da muss ich dann mal gucken, ob der das hier straight up, ups. Integrieren kann oder ob ich, ich denke mal, dass ich einmal zumindest den neu starten muss. Einmal Desktop für euch alle. Es kann sein, dass dann der Server an sich auch einmal neu gestartet werden muss und das würde ich eher vermeiden wollen. Ja. 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 Ja, die RDP Connection ist nur rüber zum Zweitrechner. Ja, alles gut, muss ich ja nicht jetzt machen. Too late. Aber den Server würde ich halt nicht neu starten, ne? Das, ähm, muss ja nicht sein. Okay. So, ähm, ich denke mal, der ist nicht drin, ne? Ja. 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 Ja, da… Schon mal in den Dingern von Sache gesehen Das Ding kann alles Nice Ja, ich lass mir das mal offen Ich muss doch mal das Ganze mal durchgehen Weil Ich könnte öfters mal Ein SSH-Tool gebrauchen Aber halt selten Deswegen habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt Das ist nochmal sehr hilfreich Auf jeden Fall Ja und RDP habe ich wirklich Nur, dass ich die Stream-Einstellung und so weiter Da habe, weil ich nur zwei Bildschirme habe Und auf dem Zweitbildschirm Der hier rechts rum mir steht Ist dann halt Der Chat offen und Die ganzen Fenster, die man so gebrauchen Kann So Wie viel Beton haben wir denn noch Nothing Wir haben wirklich kein Beton mehr Holy Okay Ich glaube, ich muss mehr Beton mitnehmen Fum Fum Wieso geht der eigentlich nicht so weit So Nun gehen wir hier runter Kann halt aktuell nur kleine Blueprints machen Weil ich noch kein Jetpack habe Und die kleinste Plattform Ja Ich freue mich auch schon auf die MK3 Blueprints Die dürften bestimmt echt nice aussehen So Sortieren Alles mitnehmen Holy Shit Oh God Oh FTP und SFPT Bleh SFTP kann das auch VNC ist nicht so interessant Aber Damit du von Äh Außen auf der Sorry Außen auf dem PC zugreifen kannst Etc Hab mir vor Einer Weile sogar die 49 Euro pro Version gekauft Sobald ich das Ding jetzt irgendwo installiere Und mich einlogge Hab ich direkt alle meine Confics am Starten Nice Ja Ähm Das wäre noch mal eine Maßnahme Weil Ich nutze gerade Drei verschiedene Tools Oder vier verschiedene Tools Für das alles was du gerade geschrieben hast Einen wunderschönen Ich bin wieder Zurück Willkommen zurück Guck mal Ich hab auch eine Trinkflasche Meine ist aber Der Körpergröße angepasst Fett rund Und Hat Inhalt Das ist übrigens das erste Was ich heute getrunken hab Außer nem Kaffee Au Und das die zweite Zweite Liter Flasche Ja ich hatte jetzt auch echt Ein bisschen Durst Oh und ich hab mir Onigiri mitgebracht Und zwar Lachs Edama Oder Edamame 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 Weil Edama ist ein Käse Das hatte ich gerade Ein wenig ekelhaft empfunden Das tut mir echt leid Aber Was ist Edamame Keine Ahnung Es schmeckt einfach nur gut Aber was ist es Ich glaube Sowas wie Gurke Ja El Momento Äh Edamame Oh das sind Bohnen Das sind halt Bohnen Gurke Achso Das Ding hat auch CMD Oh Networks Reports Genau Und was weiß ich Okay Vielleicht muss ich das sogar mit auf die Arbeit nehmen Nice Boah das hat sehr sehr gut geholfen Ähm Ich glaube wir müssen Irgendwann nochmal ein Zwischenprojekt einlegen Okay Weil Ähm Wir schaffen es zu zweit Wahrscheinlich Die vollständige Produktion Unseres Betons Äh Zu verbraten Oh Mhm Oh 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 Von weit entfernt sieht das ja auch gut aus Ich habe auch noch Onigiri mit Chicken Teriyaki Mh Obwohl mir der mit Lachs tatsächlich besser schmeckt Bei Chicken Teriyaki muss ich immer direkt straight up an Subway denken Ja Das war nicht das was ich drücken wollte Oh Schnecke Oh Sieht das wild aus Was ist da passiert War das Loch da schon die ganze Zeit Äh Ja Oh was ist da unten in der Höhle gewesen Äh Ein Eine Merkersphäre Mörker Merker Merker Mercer Mercer Danke Eine Merkersphäre Merkersphäre 助her Ja 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 Das war sehr lecker. Glückwunsch. Glückwunsch. Oh, sorry. Gleich kommt noch eine riesige Wall of Text. Das war es dann aber auch erst mal zum Thema MOBA. Okay, ich habe Angst. Ach, vor Fabi brauchst du keine Angst haben und vor seinen Texten auch nicht. Eigentlich ist er ganz handsam, meistens. Ja, kann ich nur empfehlen. Und das Beste ist, die ganzen Funktionen sind free. Pro-Version ist nur für Custom Branding und dass man die UI ein wenig anpassen kann. Und mit der Pro-Version kann man, glaube ich, auch andere MOBA-Instanzen verwalten, also als Admin, damit die Kollegen immer up-to-date sind, was Connection, Passwörter etc. angeht. Als wenn der Server auf einmal ein neues Login hat, so muss man keine Passwörter im Plain-Text teilen. Und die Kollegen selbst wissen nie, wie die Passwörter lauten. Hallo Sammelstück. Hallo Sammelstück. Hallo ihr Sartesratten. Ja, immer wieder. Apropos Sartesratten. Ich hatte eine sehr bescheuerte Deko-Idee. Au, hau raus. Was hier zum Bahnhof vielleicht passen könnte, da bin ich mir echt noch unsicher. Aber ich brauche ja Wasserpumpen. Ja. Und ich war am überlegen, ich fliege gerade hin, dass man hier einfach ein Tankschiff hinbaut, wo drin die Pumpen, also die Pumpen sind da drin, aber von außen sieht das aus wie ein Tankschiff und dann mit einem Port, wo das dann entladen wird. Und zu Fabi ist da direkt auch ein Passwortmanager drin, weil wir haben aktuell mit Hardware-Keys, also ich habe hier an meinem Schlüssel einen Key, mit dem ich den Passwortmanager entsperren kann, wo dann die Passwörter für alles drin sind. Und dann haben wir gesteilte Datenbanken, wo dann die Passwörter für Serversysteme zum Beispiel drin sind. Das gleiche habe ich halt hier auch zu Hause privat. Bei Größenwahn gibt es Medikamente, gibt es da auch was von Ratiofarm? Ja, äh, ist einer drin, der auch Verschlüsse mit irgendeinem Custom-Verschlüssel, bei der ich mir schon die Zähne ausgebissen habe. Okay. Vor Verzweiflung oder weil du den nicht knacken konntest? Weil ich bin mit KeePassCX eigentlich, ne, XC, XC eigentlich recht zufrieden und die Synchronisation über die NAS mit meinem Handy funktioniert auch super. Das wäre natürlich die andere Frage, ob ich da die... Äh... Oh, verdammt. Deswegen habe ich einen Hardware-Token. Ich glaube, KeePassXC ist nochmal was anderes als KeePass selbst. Ich habe jetzt übrigens 14.000 Beton dabei, ich glaube, das sollte erstmal für die nächste Viertelstunde reichen. Oh. Äh... Ich konnte den nicht knacken, musste ein RDP-Pass verteilen und habe die MOBA-Pro-Version gebraucht, damit der mir das wieder im Plain-Text anzeigt. Aber ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Passwort-Manager ist oder eben nur ein SSH-RDP-FDP-Login. Ich schaue mal fix unten. Dankeschön. Jetzt kriegt man hier schon Free-Software-Beratung. Ähm... Fabi, wie sieht es aus? Möchtest du nicht eine Umschulung machen? Für nächstes Jahr suche ich noch zwei Auszubildenden im Bereich Fachinformatiker im Krankenhaussystem. Müsste es dann nur nach Norddeutschland ziehen. Wäre es dann angeschlossen an einem Konzern und das Gehalt ist einem sicher auch nicht von schlechten Eltern. Und wenn du über zwei Jahre bleibst, kriege ich sogar tausend Euro. Headhunter-Bonus. Sie wollen deine Seele. Hey, als Ausbilder muss man alles versuchen. Äh... Erstens, ich wohne fast am Bosesee. Zweitens... Äh... Das mit der Fachinformatiker-Ausbildung lange Geschichte. Äh... Ja... Dinge sind geschehen. Ein paar Storys wie zum Beispiel, ich kenne mindestens fünf Leute, die die Ausbildung nur gemacht haben, um den Titel zu haben. Und, ähm... Warte, ich habe in meiner Ausbildung, äh, mehr für den Führerschein gelernt als für die Schule. Und in unserer Klasse durfte, äh, durfte ich mit dem DS zocken. Weil mir sonst zu langweilig im Unterricht war. Und, äh, so. Zum Abschluss noch. Äh, ich würde auch nicht freiwillig, äh, vom Bodensee aus wegziehen wollen. Nur damit ich eine Kack-Fachinformatiker-Ausbildung mache. So. Das noch dazu. Äh, nach zwei Jahren, das kriege ich nach drei Monaten. Ja, äh, äh, einer meiner jetzigen Azubis macht gerade seine Ausbildung in anderthalb Jahren. Also, der ist jetzt im Winter durch und der hat vor einem Jahr angefangen. Also, im Januar ist er durch, so, genau. Äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich bin mit sehr wenig Kontext kurz vor dem dritten Lehrjahr abgebrochen, weil Diebstahl bezichtigt. Alle Zugangs-Key wurden mir gesperrt und ich durfte nirgends mehr alleine hin. Hat sich am Ende herausgestellt. Ich war doch nicht. Ich war es doch nicht, obwohl ich das immer gesagt habe. Da war ich aber schon weg. Boah. Äh. Äh, ah, scheiße. Da. Ja. Heißt das mit der Neu-, also, die Ausbildung nochmal machen, fällt dann auch raus, weil einmal abgebrochen darf man die ja nicht nochmal machen. Wie? Ja und nein. Ähm. Man hätte das Ganze über die IHK regeln können. Ja, okay, gut, in so einem Fall wahrscheinlich schon, ja. Äh, und, ähm. Dann hätte er zum Beispiel... Äh, äh, nur zur, ähm, Schule gemusst und hätte den Rest alleine zu Hause machen können. Als Teil so gesehen, blöd gesagt, man verkürzt dann, obwohl man nicht verkürzt. Und, äh, müsste dann in keinen Betrieb oder sucht sich einen Betrieb, wo man dann eben die, äh, Ausbildung beendet. Und, was trotzdem natürlich absolut kacke ist. Äh, oh nein. Und natürlich ist die Frage, wie lange das schon her ist, ne? Ähm, das ist immer das Wichtigste bei den ganzen Kack. Weil ich glaube, die Ausbildungsjahre, äh, haben wie Semester von der Universität noch ein, äh, ein Anteil. Ähm, meinst du mit dem Anerkennenlassen, oder? Genau. Also bei der Uni geht das auf jeden Fall. Genau, und es funktioniert auch bei Ausbildungen. Das heißt, ähm, deine drei Jahre würden nicht unbedingt sofort verfallen. Aber, äh, da bin ich nicht weit genug in so einem Thema drin, ne? Das müsste man dann halt aktiv überprüfen. Aber natürlich, wenn man da Bock drauf hat, weil das bedeutet, äh, einfach wieder nur Stress. Oh Gott, äh, naja, sie müssten aber Beweise haben. Wir haben ja jemanden gehabt, der sich das damalige KeePass erzählte. Was? Äh, ach du Scheiße. Alles, und hat alle Passwörter vom Chef bis zum Admin und wie kundenausbeweisend anhand der Logs, ja. Äh, ja, ich hatte da eine ziemlich kurze Zündschnur. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Hätte ich in dem Fall auch. Ich glaube, ich wäre da randalierend durch die Gering gelaufen. Das einzige Problem wäre dann, ich müsste vor den Ärzten aufpassen mit den Spritzen und den Beruhigungsmitteln. Ähm, äh, konnte mir nicht aus und hatte eigene Kundenracks und die mich allein gekümmert haben. Auf einmal konnte ich nicht mal mehr ins Gebäude, ohne dass einer mir aufgemacht hat. Wie gesagt, hier fehlt sehr viel Konzert. Ja, hey. Wat ne Shitshow. Mhm. Und, ja. Ne, ähm, dann kann ich das nachvollziehen. Vor allem die Rotze mit der Ausbildung, Alter, das sind, also nicht unbedingt Ausbildung an sich und der Betrieb, sondern die Lebenszeit. Das ist ja viel, viel schlimmer. Also, wäre das mein Fall gewesen, hätte ich wahrscheinlich am Ende gesagt, ähm, ich verklag den Bumsladen auf Schadensersatz wegen der Lebenszeit. Das geht ja gar nicht. Ja, aber, naja. Und jetzt war, glaube ich, Brötchen, oh ja, die sehen... Ja, die sehen sehr gut aus. Die Brötchen, was du sonst so machst, sehen die sehr gut aus. Naja, das Wichtigste von allem, das muss man festhalten, bei so einem Scheiß auf jeden Fall. Wenn du mit der neuen Geschichte Spaß hast, ist alles in Ordnung. Alles andere wäre natürlich absolut kacke, aber... Wenn der Spaß da ist, top. Mäh. Aber er hat, ähm, Krümel-Monster-Kekse gemacht. Ähm, Muffins. Ja. Aber wenn er keinen Spaß hat... Ja, dann ist das doof. Aber die Muffins sahen trotzdem gut aus. Naja. Aber ich vermute, du bist noch jung. Ähm, das Leben läuft nicht weg. Eine weitere Ausbildung steht eigentlich nichts im Wege. Was natürlich dann nochmal kacke ist. Nochmal wieder zwei Jahre zur Uni, Schule, was auch immer gehen. Ah, ich hatte... Der Mips... Oh. Da hast du eigentlich rechts... Äh, recht, nicht rechts. Äh. Also können... Genau, du unterhältst dich dann mit... Mit der Cock über die Server. Und ich krieg die Brezel? Ich... Ich hätte jetzt eher gesagt, man baut einen Flur links die Küche, rechts die Server-Rack. Und in der Mitte den Pausenraum. Und dann ist das so ein kompletter Selbstversorger-Betrieb. Schmeißt nur zwischendurch mal irgendwie Mehl, Wasser und Eier in den Schuppen. Und dann ist der Rest Selbstversorgung. Irgendwie nach 47 Tagen sieht man ihn dann mal wieder. Ähm... So, ich hab mit ne neue Ausbildung gemacht. Ja, ein Kollege von mir auch. Und der ist jetzt in der Projektbetreuung mit drin und so weiter. Also das... Ja. Man kann nie wissen, wo einem das Leben hinführt. Studium lernen. Ich hab echt keinen Bock auf noch mehr Schule, außer es ist zwingend notwendig. Das ist auch mein Problem. Also da muss man wirklich, wirklich Bock drauf haben, würde ich sagen. Und dann... Aber so, wenn man keine Lust hat und dann nochmal in die Schule... Ich hab das schon gemerkt beim Ausbilderschein. Das war auch nochmal eine Welt für sich. Ups. Und hier bin ich, die super gerne neue Dinge lernt. Also, die auch super gerne halt einfach lernt. Auch für die Schule schon gerne gelernt hat. Äh. Vielleicht bin ich auch einfach komisch. Ich weiß es nicht so genau. So. Äh. Dankeschön, Undefined Nobody. Dankeschön und willkommen im Stream. Hallo, Undefined Nobody. Guten Tag, guten Tag. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Verdammt sein wirst du, stinken am Moderteppich. Dankeschön, der Micha und willkommen im Stream. Oh. Ist es schon wieder soweit? Ich komme. Willkommen, willkommen. So, äh. Wo sind wir jetzt? Äh. Wenn die Server schön warm werden, wird auch die Brezel gut. Du könntest irgendwelche Cluster-Berechnungen drauflaufen lassen und dann einfach, äh, die Brezel mit Käse bestreuen und reinschieben in die Server-Rack. Ähm. Das ist eine neue Mieche. Äh. Nische, nicht Mieche. Das ist ein Server-Bretzeln. Mhm. Hallo? Kann nicht jeder behaupten, dass die Server auf einem echten, äh, ach, dass die, meine Güte, dass die Brezeln auf einem echten Server gebacken wurden, meine Herren. Ich weiß nicht. Äh. So. Sammelstück. Naja, hatte keine Wahl. Entweder lernen oder arbeitslos. Bis zum Lebensende. Uh. Ja, okay. Bei mir war es auch, ähm, ich hätte, oder ich musste auch was Neues lernen, weil ich ein Arbeitsverbot hatte. So gesehen. Fast Arbeitsverbot. Was? Oh, nö. Ich bin interessiert. Ich darf nicht mehr auf Leitern klettern. Ach so, wegen deinem... Wegen meinen Knien. Äh, länger als 30 Minuten oder sowas. Mhm. So, und wenn du dann so ein verbesserter Elektriker bist, der Brandmeldeanlagen an die Decke schraubt. Schwierig. Ohne Leiter. Mhm. So, was ist dein Problem? Kein Wasseranschluss und keine Dingens ausgewählt. Was soll hier überhaupt gemacht werden? Oh Gott, wie viel kommt denn da? So, äh, so, äh, grüße von einem alten Sack. Ich verdamm mich regelmäßig es nicht gemacht zu haben. Alten Studium gegangen zu sein, nehme ich an. Also, ich hab bis jetzt noch niemanden getroffen, der mir erklären konnte, warum ich studieren gehen sollte. Ähm, weil das überhaupt nicht mit meinen Interessen übereinschneidet. Dann macht das auch gar keinen Sinn. Ja, genau. Deswegen, und dann kommt der, ja, geh doch studieren. Ja, aber was? Äh, ja, mach doch Informatik. Ja, aber das interessiert mich nicht. Ja, aber du kannst doch mit PCs. Das hat nichts mit Informatik zu tun. Ähm, ja. Das ist dann immer super. Mhm. Hm. Hm, so. FBS Drops, ja. Ja, also, I mean, das Thema IT ist bei mir noch komplett aus dem Kopf. Jetzt erstmal durchziehen, damit die Ausbildung da ist. Genau, dann Geld verdienen und der Rest wird sich zeigen. Mein Wissen ist, äh, dem Sinn ja nicht weg. Nee, das einzige Problem ist halt wirklich, wenn du nicht am Ball bleibst und dich zwischendurch echt einfach, äh, für das Thema allgemein interessiert, dann hast du echt bessere Chancen, als wenn du es nur gelernt hast und dann sollst du plötzlich wieder damit was machen. Das dauert dann ein bisschen, aber reinkommen wirst du ja trotzdem. So, es ist nicht umsonst so, so, dass in einem Serverreich genau eine Pizza geschachtet zwischen die Server. Leute, daran habe ich noch nie gedacht. Wow. Okay, ich hatte einen Gehirntum. Äh, hat einen Gehirntum. Humor und vier Bandscheibenvorfälle. Das hört sich an, als ob du auf dem Tagebau unterwegs warst. Eine Pizza ist einfach eine HE. Oh mein Gott. Das erklärt so viel. Okay. So, äh. Ich sag, ach so, ach Gott. Ich sag nie, dass ich in der IT arbeite. Ich sag immer, ich arbeite an der Kasse von MacDoF. Er spart mir Arbeit, sonst guck mal, ich hab nen Laptop, kannst du mal schauen. Oh ja, mittlerweile sag ich in dem Fall, das sind dann, äh, 75 Euro, bitte. Einfach nur so. Äh. So, und was war das noch? Ach, ich muss erstmal Chat hier. Ich find Studium schwierig, in manchen Bereichen auf jeden Fall sinnvoll, aber man braucht halt auch Fachkräfte, die anpacken. Am Ende stehst du immer in einem Studium und verdient vielleicht trotzdem nicht mehr Geld. Ja, ähm, es gibt ja wirklich einige Studienbereiche, ähm, das Problem hatte mein Bruder. Ähm, die sind so überlaufen, dass du noch einen Master oder einen Doktor hinten ranhängen musst, einfach nur, damit du überhaupt eine Stelle bekommst. Was völlig... Like BBL? Ja, wahrscheinlich. Also da gab's dann wirklich nur drei Stellen oder so und dann mit dem Master gab's dann 20 und mit dem Doktor konnte er sich dann wirklich die Stellen aussuchen und sonst war's nur, ja komm, hier, äh, hier ist Bayer, hier ist Mosanto, wo willst du anfangen, in welchem Scheißverein? Und ja, jetzt, äh, arbeitet er da nicht und verdient gutes Geld. Ähm, bei mir ist einfach das Problem, dass man alle Mechatroniker kaum, was, kaum Stellen in meiner Region findet, als, ach, als, okay, aber sonst mag ich meinen Beruf, weil ich mich auch fürs Kochen sehr interessiere und das auch gerne mal, äh, beruflich anprobieren wollen würde, aber da ist dann wieder das Thema Lernen. Ja, Matthias, auf jeden. Und Mechatroniker, da hast du dann auch, äh, gefühlt zum Teil dann, ähm, hast du nicht bei VW gelernt, kannst du in den Werkstätten nicht anfangen, weil die nur VW-Mechaniker wollen und, äh, querbeet. Das ist auch wahrscheinlich dann hartkacke und wenn du dann auch noch in einer falschen Region so gesehen lebst, dann hast du ja echt wenig Ausfallmöglichkeiten. Und bei uns gibt es, lass mich lügen, irgendwie gefühlte acht, acht, ja, acht, ähm, wie heißt das, Autohäuser auf, keine Ahnung, sechs Kilometer Umkreis oder so, was völlig gestört ist. Äh, nee, Pizza ist einfach ein, ja, okay, erst Straßenbau, dann Gleisbau, dann IT-Techniker, okay, dann hast du dir beim Straßenbau den Rücken kaputt gemacht, beim Gleisbau, äh, der Türn mit den Feinstaubpartikeln aus dem Gleisbett und beim IT-Techniker kriegst du einen krummen Nacken und, äh, schiefe Augen. Also, zum Optiker und die Augen lasern lassen. Und so, most expensive Pizza Oven 24, ja. BWL-Studenten sind mir eh die Liebsten. Och, hör mir auf, ey, gefühlt alles, was studiert hat, ähm, kannst du in der Praktischen zum Teil echt vergessen, das ist echt gruselig. So. Hast du vollstudiert oder hast du ein duales Studium gemacht? Oh, ich hab ein duales Studium gemacht. So. Dann hast du ja, äh, die Praxiserfahrung über einen längeren Zeitraum gesammelt und kommst nicht wie ein Küken, äh, in die Abteilung und sagst, ja, ich stell jetzt alles um, hast aber keine Ahnung. Ja, ich hab jetzt zum Ende des Studiums zehn Jahre in der Firma gearbeitet oder arbeite seit zehn Jahren schon in der Firma. Das ist nicht so, dann würde ich mal behaupten, du hast so ein bisschen Berufserfahrung. Ähm. Ja. Ja, aber Kfz müsste ich auch umlernen, da die Industrie-Mechatroniker bin, also Schaltschrankbau, Maschinenbau. Ja. Ja, das war auch mein Problem, ich bin auch noch Systeminformatiker. Der Teil an System- oder der Informatik-Teil ist, ich gehe mit dem Laptop an den Schaltschrank ran oder an eine Brandmeldeanlage in dem Fall und kann die konfigurieren. Ich bin nochmal ganz kurz auf K, bis gleich. Jo, bis gleich. Auf Deutsch, ich musste umlernen, damit ich dann auch an PCs ran darf. Äh, ne, die Augen waren vorher schon durch, dafür bin ich mit, äh, 55 in Rente ohne Abzüge. Nice, wahrscheinlich muss ich bis 75 durcharbeiten und mal nie bis 85 oder so. Fabi, bei uns aber auch, VW, Benz, Audi, Kia, Opel, Renault, Mazda. Mazda haben wir nicht, den Rest haben wir. Oh, nur, und Nissan und Dacia haben wir noch. Äh, Dacia hat ein eigenes Haus, neben Renault. Gehört aber demselben Typen. Ähm. Alles hier in meiner Umgebung, keine 10 Kilometer weg. Ja, das ist total bescheuert, ja. So. Gopher QPQ? Erst vier Jahre Gerüstbau, jetzt seit einem... Halbenjahr im Gleisbauschwerpunkt. Stopftechnik und Gleisbearbeitung. Nice. Also, habe ich noch nie gehört, muss... Oh, muss ich zugeben. Aber sowas hört sich ebelst interessant an. Vor allem, du arbeitest dann ja nicht mit kleinen Maschinen, sondern, ähm, mit ein bisschen größeren Sachen. Oh Gott. So, äh... Äh... Ui, Stopfe und Besen sind immer deins gewesen. Stopftechnik klingt nach Fliesentisch und Tabak. Stopfmaschinen für Weiche oder Strecke. Hallo, Peanut. Gova reicht. Okay, sonst einfach Gova QBQ. Auf Englisch, also QBQ. Oder... GBG. Ne, QBQ. Und Hallo, Peanut. Ja, 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 wir bleiben mal bei Gova. Oder Gofa? Von Government? Gova? Mmh. So. Ja. Äh... Ich glaube, ich mache hier noch einfach nur, damit es cool aussieht, eine Strecke drumherum. Und dann setzen wir einfach den Bauplan, Verkehr, Tonnenspur, Black. Oh Gott. Habe ich richtig gesetzt? Ja. So. Oh lol. Ich mache den ganzen... Hups. Jetzt habe ich schon ganz Plastik leer gemacht. Es entsteht langsam. Das wird mega. So. Oh Gott. Äh... Äh... Bin auf... Bin auf einer Universalstopfmaschine. Aber hauptsächlich für Weichen. Und immer schön die Schneelöcher lassen. Das war noch zeitlich. War zehn Jahre am Umbauzug. Portalkrank... Portalkrank, etc. Oh Gott. Der ist jetzt richtig flach. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Sorry Pilat. Aber er musste sein. Ähm... Portalkrank, da sitzt du in einem Zoo auf dem Zug. Auf einem... Was? Okay. Puh. Nee. Darauf hätte ich glaube ich... Mein Schachter sagte... Also... Äh... Puh. Nee. Darauf hätte ich glaube ich nicht. Mein Schachter sagte mir, dass ich auf einer Stopfmaschine echt gut habe. Zum Unterschied zu anderen Bereichen. Ich muss langsamer schreiben. Ähm... Oh Gott. Warte. Moment. Bevor ich hier reinknalle. Wo war Zug auf einem... Oh Gott. Du führst auf dem Bauzug den Zug. Ach du Kacke. Äh... Portalkran, da sitzt du in einem Zug auf dem Zug, fährst Schwellen hin und her. Oha. Ahaha. So, ich bin jetzt schon erstmal froh, dass ich Anfang nächsten Monats in einer anderen Firma anfangen kann. Leider gab es in meinem Lehrbetrieb einige Vorfälle und es ist auch so, dass ich inzwischen weniger verdiene als die Azubis, welches dieses Jahr durch eine vorzeitige Abschlussprüfung ihre Ausbildungen beendet haben. Ich bin zwei Jahre ausgelernt und ich wurde schon mehrmals bei Gehaltsverhandlungsgesprächen vertröst und mir wurde immer gesagt, dass ich so viel... Oha. Wie meine Azubi-Kollegen verdiene. Oha. Ist das freudig. Ah. Ja, und dann am Ende, äh, vertrösten sie dich die ganze Zeit und dann kriegst du zu hören, ähm, ohne dich geht das alles nicht mehr und, äh, hier willst du noch 1000 Euro mehr im Monat haben, was vorher die ganze Zeit nicht funktioniert hat, ne? Ey. Lösung, Kündigung. Ja, äh, hört sich ganz danach an. Äh, also ich hab die ersten drei Monate alles draußen gelernt, was Schienentypen, Weichentypen angeht. Hab dann eine Woche Vermessungsleergang gemacht. Uh, nice. Das sind die Leute mit den Stäben in der Hand, die dann einfach so random in der Gegend rumstehen, ne? Und irgendwo 300 Meter weit weg steht ein Typ mit einem Laserkasten. Nehme ich jetzt mal an. Ähm, und jetzt werde ich auf einen Schotterflug angelernt. Danach für die Stopfkabine. Also eigentlich dann endlich dahin, wo ich immer wollte. Oh. Okay. Ey. Nicht ganz, aber so kann man es auch bezeichnen. Ist das eine Messlatte? Oder was? Äh, 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 ja, egal. Ja, das glaube ich. Ähm, wahrscheinlich, äh, wird dann deine Position mit Höhenmetern angegeben und GPS-Daten genau berechnet. Und mit dem Laser gleichst du dann die Erdkrümmung aus oder sowas. Ähm, und Peanut hört sich dumm an, macht aber am meisten Sinn. Ja, auf jeden Fall. Weil, also das, da fühlt man sich doch am Ende hart ausgebeutet und das macht dann keinen Sinn mehr. Da macht es auch keinen Spaß mehr, da zu arbeiten, würde ich sagen. Äh, so, du arbeitest im Gleisbau auf, ähm, Millimeter. Da muss man beim Stapfen richtig gut sein. Überhöhung rein und Vollgas. Oh, nein. Nein, an jedem Strommast ist ein Messpunkt auf, für das, oh, krass. Ja, dann lernt man hier Sachen, ne? Äh, äh, hätte ich auch nicht gewusst. Ähm. Das können wir hier nicht umsetzen. Hier haben wir eine Monorail, die sich der Umgebung anpassen kann zum Glück. Und die können wir ja auch einfach schräg bauen. Da haben wir echt Schwein gehabt. Oder ich. Äh, so, nein, hier ist es, oder? Und um Goba zu ärgern, muss die Sehne durchschneiden, die unter der Stopfmaschine langläuft. Was zur Hölle? Gleisbau sowie Stahlbau? Nein. Äh, glaube ich zumindestens. Äh. Oh. Damit kannst du mich hier nicht ärgert. Bin auf einer Matisa mit Lasertechnik. Oder? Ja. Verdammt. Oh Gott. Ich kann von USB-C-Kabeln berichten, wenn ihr wollt. Zwar nicht gut, aber ich kann berichten. Wie zum Fick kann das unterschiedlich sein. Oh. So. Ist nicht gut. Oh, ich kann das? Înång-Bur. Ich kann das erst mal wieder. Ah. Oder? Und als mit soll. Ist nicht da geshandel. doubtful dich ist. Oh, ich kann das. Ich kann das nicht genauer. Ich kann mich hier sein. Ich kann das nicht übernehmen. Nee. Und und dann wird die Person bei coiner. Ich kann das denn nicht mit clotheschなんか gehist. Oh Gott. Das war's für heute. Okay. Aber jetzt können wir hier alles im Kreis fahren lassen. Nice. So, oh mein Gott. Das mit der Sehne kenne ich sogar. Da habe ich eine Doku zum Thema Gleisbau gelesen. Ach, gesehen. Okay, sag mir überhaupt nichts. Wenn du die durchschneidest, wirst du geköpft und vergraben. Ja, wenn die kaputt ist, willst du am liebsten Feierabend machen. War eine Woche auf einer Flaser 3X. Da war mir... Das war mir was. War froh, wieder an meiner zu sein. Ja. Oh. Was machst du hier? Was bist du und was tust du hier? Oh. Oh. So, jetzt ist die Frage, ob wir hier dann einfach eine Kurve machen. und dann wieder mit Toren arbeiten. Ich glaube, das dürfte ganz jubel aussehen. Das Beste war, dass die so gemerkt hatten, dass einige Leute kündigen und wollten andere mit einer Prämie von 500 Euro brutto halten. Hab dies an einem Donnerstag auch bekommen und am Montag der Folgewoche habe ich meine Kündigung abgegeben. Beste Entscheidung, besser geht's nicht. Das ist so katastrophal und so... Es gibt einen coolen Begriff dafür. Der trifft hier, glaube ich, ganz gut zu. Hinterfotzig. Würde ich das nennen. Das geht gar nicht. So, ich muss mich leider verabschieden. Schade. Passend zum Thema muss ich nun in die Nachtschicht... Oh, okay. Mein Beileid. Äh, vier Weichen. Umbau werden sich leider nicht von selbst stopfen. Man sieht sich morgen Abend wieder. Auf jeden! Ich bin wieder so circa 18 Uhr online. Wünsche dir trotzdem einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Und, ähm... Ja, ich hoffe, es bleibt alles stressfrei. Und dann, äh, sieht man sich auf jeden Fall... ...die, äh, Tage. What up? What up? Was war das denn? Das war What up? Klang aber sehr komisch. Äh, beabsichtigt. Äh, ähm, äh. Was? Oh, du bist tot. Aber warum? Äh, das kann ich dir nicht beantworten. Das ist ja gar nicht so geil, muss ich sagen. Hihi, Mardi, flüchtet! Nein! Lauf nicht weg, ich bin ganz handzahm. Meistens. Meistens. Außer, ich hab meine Tage, da bin ich vielleicht ein bisschen schwierig, aber das ist was anderes. Okay. Ach ja, Riesenmoppelchen hat mich zu Tode... ...gedrückt. Nachtschicht ist für mich das Beste, was mir passieren konnte. Viel entspannter, okay. Ja, dann viel Spaß in der Nachtschicht auf jeden Fall. Äh, du wurdest von einem Vieh angegriffen und hast dich vor das Vieh auf den Vorsprung gestellt. Das Ding, ach Schut, das war ein Riesenmoppelchen, das kann schießen. Oh, nee! Honk. Äh, andere interessante Sache. Wie komm ich denn jetzt da hoch? So, ohne Treibstoff meine ich. Achso, doch, Moment, ich kann mich ja hochbauen. Äh, hä. Joa. Like old school days. Äh, sagen alle, okay. Frauen sind wie Stürme. Erst kräftig blasen, dann ist das Haus weg. Okay, der war ein wenig zu tief für die Uhrzeit. Ah. Ah. Dafür gibt's noch nicht mal einen Slow Clap. Ich weiß nicht, was Fabi da macht, aber... Ähm, du hast keine Chance. Ihr Spitzname ist Ellie. Sie schwingt sich von Baum zu Baum und fängt dich mit dem Rüssel. Ja. Der war wieder gut. Der war wieder gut. Wollte ich zu verarschen, oder? Ah. Ah! Du warst stolz auf sie, dass sie, äh, sich nach oben gebaut hat. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl. Oh. Ja. Ich dachte, mit deiner Minecraft-Erfahrung wäre das, ähm... Egal! Äh, der Witz ist ja, dass es... Dass es in meiner Firma nur einmal zu einem nicht genannten Zeitpunkt möglich ist, eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Also, ich, dass das letzte Mal gefragt hatte, wurde mir gesagt, es sei zu spät auf die Nachfrage, bis wann ich das nächste Jahr spätestens fragen muss. Nicht genau so, aber kam er rüber, gesagt, brauch gar nicht erst fragen. Wow, what the fuck? Ich mal gebaut, sie war höchstens 50... ...Zentimeter höher als das Ding. Ha, 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 okay. Ähm, und das, obwohl ich mir wirklich den Arsch aufgerissen habe und mir von Älteren, die Arbeit länger machen, gesagt wurde, dass ich bestimmte Arbeit einfach am besten kann. So, die Nachricht von Fabi ist für dich. Hab dich lieb, Stinkepups. Mmh. Mmh. Ja, auch. Mmh. Wenn du schläfst. So. Ich hab meinem Chef damals gesagt, entweder ich bekomm 500 Euro mehr oder bekommst meine Papiere gleich fertig gemacht. 500 Euro mehr bekommen. Ja, ich hab auch gekündigt und... Ähm... Keine vier Tage später hatte ich eine Position als Teamleiter und ungefähr 25% mehr geheilt. Das war dann nicht übel, aber dass man immer warten muss, bis man eine Kündigung raushaut, ne? Das verstehe ich dann auch nicht. Vorher ist es nie möglich, aber... Hm? Ich schlafe nicht. Zumindest so hab ich jetzt nicht mehr. Ja, ich würde mich in Acht nehmen. Hä? Wo ist denn die Truhe? Boah, diese Truhen zwischendurch, ne? Die... Oh, Glückwunsch, Sammelstück. Er baut jetzt MK6 Pipes. Äh... Förderbänder. Die Church. So, wo ist jetzt diese Scheiß-Truhe? I don't know. Ja, das ist echt maximal nervig. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass mich in Stoneblock niemand beißt. In dem Sinne. Viel Spaß beim Stoneblock zocken. Viel Spaß beim... Zocken. In Minecraft. War ja so ein Minecraft-Projekt, ne? Oh mein Gott. Wir können auch ein bisschen warten, bis Updates und so weiter durch sind und noch mehr gekommen sind und dann könnte man... ...den ganzen Kirchen spielen. All the Mods 10? Ja. Also haben wir quasi unsere Planung schon wieder für bis zum nächsten Jahr... Ach, Mann, hier ist schon wieder so eine Giftpflanze. Nächstes Jahr? Ja, bis nächstes Jahr haben wir Pläne mit Spielen. Das, was du mir heute geschickt hast, inklusive Minecraft und... ...Satis reicht aus, dass wir... ...die nächsten zwei Jahre was zu tun haben. Matthias, ich bin echt froh, dass ich da jetzt weg bin und freue mich auf meine neue Stelle. Ach, das freut mich. Vor allem, wenn man sich dann auf die neue Stelle freut, dann ist das schon mal sehr viel wert. Das bedeutet zum einen schon mal... ...du hast dich verbessert. Und das ist geil. Weil ich glaube, es geht nichts Schlimmeres, als sich eine Ersatzstelle zu suchen, einfach nur damit bei der anderen raus ist. Fabi, das hört sich gut an. Habe ich da große ITM-Server gehört, wo das alles ein wenig aufgebaut, wie hier bei euch in Satisfactory. Spielen alle zusammen oder doch ein wenig für sich, weil wegen Uhrzeiten, IRL und Arbeit... Oh, das klingt böse. Das klingt böse gut. Hm, mh, 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 mh. Oh. So. Ähm, also ich liebe ja die Create-Mod mit Add-ons von Matthias. Ja. Ich finde die... ...ne geile Integration in das Gesamtsystem. Die ist zwar irgendwann echt langsam, aber ich finde das System dahinter geil. Auch mit den Add-ons und so weiter. Ähm. Und... ...zur neuen Stelle verdiene IG Metall Lohn. Das ist mega geil. Hätte ich auch gerne. Und habe 35 Stunden weniger in der Woche. Also hast du eine 35-Stunden-Woche wahrscheinlich, so wie ich... ...äh, die IG Metall kenne. Und... ...äh... ...Peanut schreibt, dass der Stall online geht. Und... ...äh, Fabis, äh... ...Root-Server hätte dann endlich mal wieder was zu tun. Nice. ...und... ...genau für das IG Metall. Ach, wie geil. Ich glaube, äh... ...IG Metall Löhne hätte jeder gerne. Oh Gott, der Bahnhof sieht so übertrieben aus. Ich glaube, die Deko muss ich bauen, wenn du morgen nicht da bist. Warum? Äh, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit mit den Standard-Werten rumspielen möchte. Ach so. Und ich denke mal, dass ich sowas dann viel machen werde. Äh, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich brauche kein IG Metall. Aber das schöne Geld und nur eine 35-Stunden-Woche. Naja, ich bin aber auch froh. Ich habe ab nächstes Jahr, ersten, ersten, äh... ...31 Urlaubstage und nicht mehr nur 30. Hm, 38-Stunden-Woche. Also, ich habe 38,5. Ähm... ...5300 Netto plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld-Prämie im Februar für Abschlussjahr. Äh, das hätte ich auch gerne. Da würde ich jetzt, äh, mich auch nicht beschweren wollen. Hm. Aber ich verdiene auch... Ja. Nee, sag du. Ach so. Äh, ich verdiene auch ganz in Ordnung. Bei mir ist der Hauptverdienst, würde ich sagen, ähm... ...der ganz große Vorteil, dass ich... Äh... ...also... ...wenn ich morgens aufstehe, um Viertel vor sieben, gefühlt, ähm... ...könnte ich um sieben auf der Arbeit sein. Und das ist sehr viel wert. Einfach nur, weil du bedeutend länger schlafen kannst, als wenn du jetzt noch irgendwie... ...zwei Stunden mit dem Auto durch die Gegend juckeln musst. So. Und Peanut, äh, arbeitet angeblich auch. Das halte ich für ein Gerücht, so viel Zeit, wie der für Satis hat. Ja, das meine ich. Es tut mir leid, Peanut, aber es gibt Dinge, die kann ich dir einfach nicht abkaufen und das gehört definitiv dazu. Tja. Matthias, äh, stehe um fünf circa auf und fange um sechs Uhr an. Ja, ich fange irgendwo zwischen sieben und neun Uhr an. Ich musste nur immer vorher das Handy einmal schicken, ob sich irgendjemand krank gemeldet hat. Wenn sich keiner krank gemeldet hat, bin ich, ähm, zum Glück im Büro bis neun Uhr die unwichtigste Person als Teamleiter. Das ist dann schon echt geiler Luxus. Wolltest du gerade eigentlich irgendeinen Kommentar bringen? Nein. Achso. Okay, ich dachte, es kommt von dir irgendwie so, äh, irgendwas Gemeines. Nein. Warum sollte ich was Gemeines sagen? Keine Ahnung, weil ich dir ne Vorlage gegeben hab. Nö. Okay. Nur sehr höchst allerhöchst super duper mega konzentriert. Okay. Mhm, 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 mhm. So, weiter geht's. Oh Gott. Äh, dä, 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 ich sehe von hier aus die Firma, okay, wohne auch auf, äh, auch am Berg und brauche ein Fernklass, aber ich sehe sie. Warte. Nee, bei mir stehen zu viele Häuser, aber würde ich ein wenig erhöht, äh, wohnen, würde ich die Firma wahrscheinlich auch sehen. Die Frage ist, ob man das will. An sich nicht, weil auf unserer Firma obendrauf sind rote Leuchten für die Helikopter und die sind wahrscheinlich echt nervig, wenn du die die ganze Zeit blinken sehen würdest, wenn du aus dem Fenster guckst. Mhm. Und deswegen laden wir das lieber. 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 Oh. So... Ich habe eine Idee. Du musst mal sagen, ob die kacke oder nicht kacke ist. Also ich will... ...unten auf den Rahmen an die... ...dass der Rahmen so der Eingang ist. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, sollte ich den schmaler machen? Ja, oder? Wie schmaler? Also, dass man nur den... ...diese große Rahmensäule dann nimmt, anstatt den großen Metallrahmen. Weil das hätte ich als Eingang genommen. Und dann von hinten Wände ran und... Beleuchtung? So hast du dich angehört mit Minecraft Villager. Ah. 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 So, äh... Uh, Lichter, toll! Okay, Peanut. Äh... ... Er wurde wegen seiner Meinung von seinem Posten enthoben. Und den Teamleiter, den ich jetzt habe, macht mehr Fehler als ein Azubi und braucht für eine 5-Minuten-Fehlersuche etwa... ...eins bis... ...ein bis zwei Stunden alle sagen, er... ...hat den Posten nur bekommen, weil er gut im Arschkriechen ist. Ja. Ähm... ...dat ist maximal kacke. Ich habe eher das andere Problem. Ähm... ...ich kann jetzt nicht mehr aufste... ...also, ich kann zwar mehr Geld bekommen, aber ich kann die Position nicht mehr wechseln, was... ...an sich ein wenig kacke ist. Äh, weil ich zu gut in meinem Job bin, sodass ich, äh, aus dem Team nicht mehr raus darf, damit ich, äh, für Fragen und so weiter zur Verfügung stehe. Und für die Ausbildung halt. So... ...wende... ...müzi hats zu sein! oj in ... ... ... ... ... Das war's. Haa. 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 Ich muss gleich auch unbedingt neuen Treibstoff holen, weil... Äh... Naja, ich hab noch so zwölf oder so. Oder elf. Das ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Äh... Nee. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Mhm. Boah, ist das kacke. Wieso gibt es keine halben Wände? Kannst du mir das erklären? Nein. Du meinst, ähm... Horizontal halt, ne? Mhm. Nein, vertikal. Horizontal gibt... Kann man sich ja einfach aus kleinen Wänden ziehen. Äh, ja. Hast recht. Ich habe nur eineнемienste Ganze? Ja. 550- 100% Ich habe ja auch mit dir der 2012 кас, und entgegen. Wie und genau das rieder lacetbare vivend sind. Jetzt gibt es hier eine preocup의 барlowe. so jetzt glaube ich noch einmal zurück und holen stromkabel was ich hier drüber führe dann gehe ich wieder zurück und schließt das stromkabel einem meiner an und dann glaube ich wieder zurück und entfernen die ganzen betonplatten auf denen ich gerade laufe was eine hin und her rennerei also ich finde das sieht schon geil aus aber irgendwie fehlt die außenwand und ich weiß nicht was ich hier machen soll die außen ach so das sieht verdammt aus deswegen auch das ok da kann man echt nicht meckern das sieht echt gut aus und dann ist hier unten der eingangsbereich wo dann ok jetzt wird es kompliziert und von hinten sieht das ja auch in ordnung aus oder oder sollte man da doch noch mal irgendwie noch was machen ich finde das sieht gut aus wie sieht das aus kommt das irgendwie durch ok ja dann wird es jetzt kompliziert also 1 2 3 4 5 6 7 8 so so jetzt kann ich mir ja auch theoretisch meinen schweberucksack anziehen weil ab jetzt habe ich hier ja wieder Dann kann ich so 1950 Polymer, Hartz 900 Petro Koks, die Apse läuft jetzt Gummi und Plastik und die Koks in den Alu Prozess. Nice. Das hätten wir eigentlich auch mal machen sollen, aber haben wir nicht gemacht, weil wir keinen Petro Koks herstellen wollten. So jetzt nur noch den Schwefel anschließen und dann geht es los mit dem Stahl und dann noch schön bauen. Ich glaube, das wird bei dir, wenn du die Fabrik schön baust, dann bist du dann doch genauso lange dran wie mit der eigentlichen Fabrik oder nicht? Ja. 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 Ja, die Miner brauchen immer ungefähr fünf Sekunden zum Hochfahren. Ja. Ja. werde ich von dem Kupfer überholt. Das ist traurig. Tja. Das Gute ist, meine Fabrik geht jetzt komplett an den Start. Geil. Bei dir hat einer... Will einer versuchen, dir was zu verkaufen? Guck mal, was für ein verlockendes Angebot du bekommen hast. Also ich würde ja direkt zuschlagen, wenn ich du wäre. Oh, Anti-Soviet Water Sheet und Goodbye. Ein sehr freundlicher Genosse. Ja, ne? Ich meine, nicht jeder verkauft dir was. Dafür, dass meine Fabrik am Anfang ganz, ganz furchtbar aussah, finde ich die jetzt tatsächlich gar nicht mehr so schlimm. Okay. Ich fand die am Anfang einfach nur ganz, ganz furchtbar. Das war ja auch, an dem Samstag hatte ich auch gar keine Ideen, wie ich das ansatzweise irgendwie bauen kann. Ich finde aber, du hast... Warte. Äh... Röndern. Da. Ich muss mir die jetzt mal live angucken, weil das, was ich immer gesehen habe, war... Du hast in etwa das, was ich mir aus dem Kopf, äh, aus dem Kopf ausgemalt habe, im Kopf ausgemalt habe, äh, zum Teil umgesetzt und noch angepasst. Das muss man jetzt doch mal angucken. Oh, guck mal, da war auch einer für dich. Ah, guck mal. Affe Blitz-Storekeeper. Danke für dein Permabun. Wir freuen uns immer sehr über... solche Intelligenz-Bestien wie dich. Mhm. Das hat gerade sich angehört, als ob du die Nase hochziehst. Ja, das war mein Trinken. Ja, hab ich dann auch gesehen. Äh. Abgesehen davon, dass auf der einen Seite noch die obere Hälfte fehlt, jetzt, wo du da so dran vorbeifliegst. Oh, ja. Ja, das muss sich ja noch erweitern, weil mir ja noch, äh, vier... Raffinerien gefehlt haben. Ah. Ja. Da war ja was. Ja. Ich eile, ich bin zu weit geflogen. Oh. Ach, das ist ein Geysir. Okay, ich dachte gerade, alter, was hast du da mit den Pumpen gemacht? Kaufen Sie jetzt ein Zap, dann bekommen Sie nicht ein, auch nicht zwei, sondern zehn Zap gratis und die ersten zehn Anrufe bekommen ein Kanister Luft gratis dazu. Ich hoffe, du verkaufst auch Druckluft und nicht nur Luft. Ich hoffe, getrocknete Druckluft. Feuchte ist immer so doof. Oh, ja. Die kann deinen Computer kaputt machen. Ja. Ganz schön laut hier bei dir. Ja, ist auch alles schwer am Arbeiten, ne? Ja, das war eher der Wasserfall. Auch der arbeitet schwer. Appreciate the work, please. Ich finde das ganz cool, wenn man so unter diesem... Das sieht aus wie ein Spalier, wenn man da drunter herläuft. Ja. Als ob die Fabriken ihre... Okay. Den Arm heben. Ah, ich finde aber den Song geil. So, natürlich ist es mal Power Generation. Was? Muss ich jetzt echt mal Power Generation machen? Glaube ich versuche, den gesamten Öl von der Map zu verwenden. Oh, holy. Äh. Oh, falsche Seite. Ähm, dann, äh... Oh, nein. Hilfe. Da. Dann viel Erfolg dabei. Hä? Was denn? Ach, nix. Hä? Ah, du hast das Fenster. Okay. Ich war mentally prepared, dagegen zu klatschen. Aber da fehlt das Fenster. Ähm. Ich glaube, wenn du das gesamte Öl von der Karte geholt hast, äh... und das nur zu Treibstoff umwandelst, dann kriegst du einen Kotzanfall. Mhm. Ich meine, dann produziert er ja gleichzeitig auch Polymerharz, wodurch er dann, äh, wieder alles andere herstellen kann, quasi. Mhm. Eine gute Quelle reicht, äh, für 60, äh, Gigawatt, dank Rocket Fuel. Ja, das hat Zuschauer auch gemacht. Und, äh, ja. Der ballert dauernd nicht durch. Und hallo, Meisterkuchen. Hallo, Meisterkuchen. Baby. So, wie komm ich jetzt hier wieder raus? So, jetzt sind die Leuchten auch in Betrieb. Oh ja. Wenn du die Leuchten anguckst, äh, ruckelt dein Stream. Oh ja. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Ja, das ist dann die Lumen-Berechnung. Oh ja, da gehen meine ausgelassenen Frames auch ein bisschen hoch. Ich meine, theoretisch kann ich ja jetzt auch erstmal hier ausmachen. Ja, aktivier den Nachtmodus. Ach so, dass die nur nachts leuchten? Yes. Ah, mega gut. Oh ja. So. So, ähm, wunderbar. Ja, Kupfer läuft auch. Jetzt hab ich nur das Problem, dass der ganze Bums wegtransportiert werden muss. Und dann zu Katerium, ne, zu Turbodraht verarbeitet wird. Genau. Ich bin schon beim Turbodraht. Turbodraht. Ich find das auf dem Kompass immer so lustig. Wie dann einfach dir, die, dieses Manikiken von einem Ende aufs andere rüberfliegt. Ja. Es lebt. Ich glaub, Peanut hat seine Stahlkonstruktion in Betrieb genommen. Der Stahlkuloss lebt. Nice. Oh, 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 oh. Au. So. 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 Oh ne, vielleicht sollte ich eher. Guckst du dir gerade an, wie du das am besten bauen kannst? Ja, ich gucke gerade. Ich musste das nochmal in den Calculator eingeben. Ah, du sagst so... Ich brauche 16 Fabrikatoren. Du sagst so maximal konzentriert aus. Ja. Ähm, Peanut ist frei. Okay, anstatt... Aber du hast keine Socke bekommen. Ich wollte gerade sagen, anstatt eine Socke hat er jetzt eine Stahlfabrik bekommen. So... Das war der falsche Knopf. Ja, das kann zwischendurch echt frustrierend sein. Äh, so 16 Fabrikatoren benötige ich. Oh, holy shit. Ich hoffe das funktioniert. Bin ich der Einzige, der für den SATIS Calculator zu doof ist? Das weiß ich nicht. Was für Probleme hast du denn? Wir sind hier mindestens zwei intelligente Menschen, die dir vielleicht weiterhelfen können. Sogar einer von uns beiden hat studiert. Was im Übrigen nichts darüber aussagt, ob man weiterhelfen kann oder nicht. Aber... Frank ruhig. Oh. Das sieht cool aus. Äh, neuer Bauplan. Wie nennen wir das am besten? AKW... Dok... Werk... Förderung... Zwei... Zwei B... 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 ich würde zum beispiel eine fabrik da noch nicht dachte ich musste einfach eingeben was ich machen will und er spuckt aus wie viele anlagen ich brauche aber irgendwie raffig das nicht ja genau so sollte das sein warte wir können das schritt für schritt einmal durchgehen dann denke ich vielleicht einfach als wenn man jetzt versucht irgendwas zu erklären eigenschaften so dann brauche ich hier einmal den da also ich gehe jetzt mal kurz hier drauf das brauche ich jetzt nicht mehr ich mache das weg doch warte mal das brauche ich noch das sollte ich noch nicht weg machen das weg das weg das weg das weg ich glaube das problem bei ihm ist richtung dass er noch nicht eingegeben hat dass er nur den stoff haben möchte und nicht was er dafür alles haben braucht you know absolut nicht aber ich nehme das ok ich mach das jetzt auf der seite bist du aber oder also gerade überhaupt bei mir gerade im stream was ach ich habe ja ich sehe es ein zentimeter ha ha und alles wird ein baublad kann her bin jetzt für die im stream okay bello coastal bist du also wenn du auf der seite gehst dann bist du dann wahrscheinlich auf produktionsplaner gegangen Ich denke, soweit bist du. Das hat funktioniert, oder? Beziehungsweise, wenn du dann auf der Startseite bist, dann einmal auf Planer und dann auf Produktionsplaner. Dann auf einen Gegenstand hinzufügen und dann suchst du einfach das raus, was du machen möchtest. Sagen wir einfach mal, wir möchten jetzt einen Supercomputer, nee, hier einen Quantencomputer herstellen. Weil warum nicht? So, jetzt lädt das Ganze ein bisschen. Oh nein, warte mal. Ich glaube, das liegt nicht an dir. Ich glaube, das liegt an der Seite. Ähm. Ist die Seite down? Ähm. Warte mal kurz. Ja, das liegt an der Seite. Weil normalerweise gibst du hier einfach die Menge ein von dem, was du haben willst und dann lädt der hier was, aber der lädt hier gar nichts gerade. Oh, dann hat sich die Seite verabschiedet. Du bist nicht zu blöd, es liegt nur an der Seite. Gut, dass ich meine Sachen hier noch offen habe. Ja. Aber eigentlich solltest du da nur, äh, du kannst es ja mal anhand der Fabrik zeigen. Ach so, ja. Ja, stimmt. Äh, genau. Ich habe eingegeben, was ich haben möchte. Also das Endprodukt muss man eingeben. Genau. Nur das Endprodukt und über das Savegame lädt er sich zum Beispiel deine gesamten alternativen Rezepte, die du hast. Genau, das Savegame lädst du einmal in der Interactive... Man sieht nichts mehr, weil ich es ausgeblendet habe. Äh, in der Interactive Map Pro, da kannst du hier oben einfach dein Savegame reinziehen. So, und dann, äh, auf der Seite kannst du dann bei Optionen Sync vom Savegame da draufklicken und dann hat er auch alle deine Alternativrezepte. Ah, jetzt hat es bei mir gerade ein Wunderbar. Genau, und dann hast du hier einmal die Ansicht, was für Maschinen du brauchst. Ich habe jetzt hier die Eingänge mit dem Kupfererz und dem Kateriumerz schon definiert, deswegen zeig dir da die Miner nicht an. So, dann kannst du dir einmal hier die Baumstruktur anzeigen lassen und dann, welche Gegenstände du fertigen musst oder wie viel du von welchem Gegenstand brauchst. Und dann, äh, welche Gebäude du quasi brauchst. Oder wie viel von welchem du brauchst. Ja. Und der zeigt dir auch an, wie viel Wasser du zum Beispiel brauchst und, und, und. Genau. So, Logistik. Ich habe mich dazu entschieden, die, äh, Turbodrahtfabrik einfach oben auf die Produktion von den Kupfer- und Kateriumwaren zu packen. Okay. Weil bevor ich die jetzt einmal quer über die Map schiffe... Ja. Kann ich das auch so machen, dann muss ich noch den Drohnenport verlagern. Aber das ist ja alles ein Ding der Möglichkeit. Ach, ich dachte Unmöglichkeit. Ähm. Ja. Ja. Hä? Mhm. Da. So. Nice. Und so wird dann jedes Dach vom Drohnenport gebaut. Bahnhof. Sage ich. Ah, oh Gott. Würde die empfehlen für Produktionskitten, lieber die Seite Satisfactory Tools zu verwenden? Kenn ich gar nicht. Kennst du die? Äh, ja, die funktioniert performanter. Ähm, nur, ich weiß nicht, ob man da auch das Save-Game reinladen kann. Das, das kann ich dir nicht sagen. Aber, äh, wait a moment. Moment, wir sind ja hier nicht umsonst, ähm, Estreme. Satisf. Oh, ja. Ja, wenn ich ins Licht schaue, dann, äh, geht meine... Fängt alles an zu flackern? Na, das nicht, aber, ähm, meine ausgelassenen Frames gehen hoch. Oh. Mhm. Unnamed. Oh, oh, oh. Import. Oh, du kannst hier sogar... Oh, oh. Kann man hier auch sein Save hochladen? Ähm, Matthias meinte nicht. Ah, aber, was cool ist, du kannst hier deine, ähm, Calculation reinpacken. Und die auch speichern und mehrere Tabs. Und wenn wir wirklich kacke wären... Wir sind kacke. ...das könnte man sich nochmal überlegen. Ey. Ach, Mensch. So. Was denn sagt mir, dass ich lüge? Ach, outdated Tools. Okay. Ja, dahin. Greeny. Kann man hier... Oh, nee. Oh. Ich könnte da drunter laden. Und bei uns auf den Server drauf hauen. Äh, nö. Aber man kann hier Tabs drinnen bearbeiten. Und die Recipes. Ja, alle ankreuzen. Und nice. Okay, ja. Leider keine Savegames. Ergalitsch. Ja, Ergalitsch trifft es gut. So. Also, ich muss ja sorgen. Das sieht ganz cool aus. Also, hier kommt der Zug vom Bahnhof an. Und pumpt seine Sachen nach oben. Äh, vier... Acht. Elf. Was? Vier, acht, elf. Was? umentcash. Du bist du bist du für kinder Umocratic. I Pyransag. Wie、? Du bist du bist... Du bist du bist du bist. Ich kann nicht nur das. Wie sagt er... Wie? Gut. Uphas. Und dann wird der K смотр, Und ich kann nicht nur für. Außer. Autormentierstosenzeug. Okay, oh Gott, wie kann man das denn am beschicktesten machen? Oh Gott, der Anschluss wird ja mal maximal nervig werden. So schlimm. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen und rausfinden, wie ich das hier anschließe. Oh kacke. So, Output geht hier lang, Input geht hier lang. Okay, das geht. So, 1440 kriege ich nicht auf... Ich glaube, ich werde das anders machen. 1440 kriege ich nämlich nicht auf ein Förderband. 1440 Items. Äh, nö. Da brauchst du, glaube ich, zwei. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ähm, wie stehst du zu, ähm, Blutspenden und so weiter? Ähm, bin selber. Ich spende selber Blut. Okay. Ich war gerade ein wenig verstört, weil, ähm... Ich habe eine E-Mail vom digitalen Spenden-Service bekommen, war so... Okay. Was habe ich angestellt? Die schicken die E-Mails. Ähm, was habe ich jetzt schon wieder unterschrieben? Mhm. Genau, das war so der erste Gedanke. Wobei ich, äh, also ich war bis jetzt zweimal erst Blutspenden. Das Problem war, dass ich beim zweiten Mal so ein bisschen scheiß, also das war der, die, ich weiß nicht was es war, Arzthelferin oder Krankenschwester, was auch immer, ähm, die hat die Vene nicht direkt von Anfang an getroffen und dann, ja, dann macht mein Körper halt, dann zieht mein Körper alle Venen zusammen und dann kriegt man halt auch kein Blut mehr von mir und der hat trotzdem weiter versucht und gestochert und dann, äh, hat sie irgendwann was getroffen, dann kam aber nichts und, äh, ja, dann, als ich dann rausgehen wollte, ich so, hm, Entschuldigung, ich, äh, glaube ich müsste mich mal wieder hinlegen, weil das ist gerade nicht so wahnsinnig super. Ja, und seitdem war ich nicht mehr, weil ich Angst hab. Äh, ja, kann ich verstehen. Ah, ein weiterer Suspicious User, Charming Cornet, ähm, ja. Und tschüss. Ein bisschen scheiße unterwegs und direkt gebannt, herzlichen Dank dafür. Hm. Oh Gott, die Schräge ist so krass, dass ich da nichts dran anschließen kann. Super. Ja. 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 . Das sieht so gut aus. Also bald, langsam. Das sieht so gut aus. So, dann möchte ich hier einmal bitte Turbodraht herstellen. Turbodraht. 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 So, ich will heute zumindest noch irgendwie einen Bahnhof anschließen. Damit man sich irgendwie produktiv fühlt. Äh, ja und ich will einmal testen. Ähm. Ob auf die Entfernung wirklich ein, äh, Zug ausreicht. Oder ob man eher zwei braucht. Mhm. Nur habe ich keine Lust, die komplette Bahnstrecke hier zu bauen. Deswegen bauen wir gerade schrägen runter. Ach ja, äh, wichtige Frage und auch wirklich ernst. Das ist eine ganz gemeinte Frage. Ja. Ähm. Ähm. Gibt es irgendein Anime von dir, den du echt, echt gern hast? Oder der dein Favorit ist oder so? Musst du auch nicht laut sagen. Kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du es möchtest. Weil ich bin ja auf, äh, Polaris. Ja. Und da gibt es eine riesengroße Merchhalle. Mit, äh, allem Möglichen. Und, keine Ahnung. Äh, es gibt ja einige Sachen, die kriegt man echt nur auf, äh, Messen. Vielleicht ist da ja was dabei, wo du sagst, äh, oder vielleicht wäre ja irgendwie so vom Anime irgendwas, wo du sagst, okay, davon hätte ich gerne was. Ich überlege gerade, weil, ähm. Hm. Das Ding ist, ich gucke viele Animes sehr gerne, aber ich würde auch wenige nur ein zweites Mal gucken. Mhm. Oder es ist halt wie bei Sword Art Online, ich liebe die erste Staffel und der Rest danach ist einfach nur noch Rotze. Ja, also wenn ich eine, äh, für 3,50 Euro eine Kirito-Statue finde, könnte ich, äh, kaufen. Oh ja. Blöd gesagt. Ja, an sowas dachte ich halt, ne, ey, jetzt nicht unbedingt, du sagst, äh, du sagst, okay, Sword Art Online und ich kaufe jetzt eine, äh, 800 Euro. 100 Euro, äh, 1,50 Meter große Statue. Das dachte ich jetzt eher nicht. Ja, das, das, das dachte ich mir schon. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz lustig. Verschwindel, Kreatur. Weiche von mir. Wir sind hier echt... ...Fair fällt ein. Oh Gott. Aber hey, ich kriege meine Turbo-Dradfabrik heute noch fertig, das ist tatsächlich mehr, als ich dachte. Echt? Ja. Okay. Weil ich gerade dran denke, ich habe drei weitere Bahnhöfe gebaut. Und es sind drei Stunden vergangen. Naja, aber bei drei Bahnhöfen habe ich irgendwie das Gefühl, dass du mehr getan hast, als ich mit meiner Fabrik. Ja. Ich habe aber den Maximaul, äh, Maximaul, äh, Maximaul, äh, Maximaul, äh, den Maximaul, äh, boah, ich glaube, ich bin übermüdet, äh, den maximalen, faulen Lump raushängen lassen. Deswegen auf Faximaul, äh, weil ich Frau Lump, äh, noch gleich direkt anschließend sagen wollte. Ähm, ich habe ja alles mit Blueprints gemacht. Ja, aber die musstest du halt auch erstmal erstellen, ne? Deswegen ist das ja voll fein. Ja, einmalig. Ja, aber wie viel Zeit hat das einmalige Erstellen dieser Blueprints gekostet, hm? Äh, gestern den gesamten Stream. Ja. Hast du? Kacke, jetzt habe ich vergessen, wo die anderen... Ich habe das zu nah dran gebaut. Oh Gott. Nein. Weil ich muss noch, äh... eine Etage weiter nach oben mit den Caterium-Barren. Und, äh, ich kriege die Lifte nicht mehr zwischen Maschine und Förderband, wenn ich hier, äh, wenn ich die unteren Förderbänder so nah da dran platziere. Ja. Ja, ist ein bisschen doof. Jetzt habe ich gleich ganz viele Kupferbarren im Inventar, das ist klasse. Ja, das glaube ich. Och. Also, zwischenzeitlich kriege ich hier Anfälle mit dem Spiel. Nee, nee, nee. Das Spiel ist super. Mhm. Mhm, das Spiel ist super. Wieso habe ich denn jetzt kein Strom? Warum sollte das Spiel nicht super sein? Weil das mit dem Strom, das klang jetzt eher nach einem Fehler vor dem Rechner als im Spiel. Äh, nee, ich habe die Linie verbunden. Sie hat sich verbunden, war verbunden. Ich habe keinen Strom mehr. Hm. Das ist natürlich höchst, höchst tragisch. Jeha. So. Dann fahren wir jetzt mal eben mit dem Kotzomat-Automat. Mit dem bitte was? Ach so. Kotzomat, weil das jetzt hier einfach so komplett hügelig ist. Ist die Stahlproduktion schön. Ähm. I don't know. Läuft sie denn vernünftig? Okay. Äh, Discord hat mir eine Mod-Nachricht geschickt. Ja. Äh, verdächtige Beitrittsaktivität erkannt. Wer ist beigetreten? Äh, 25 Leute irgendwie im kurzen Zeitraum. Oh. Ja. So, ich glaube, das größere Problem bei mir wird jetzt sein, dass ich dieses Förderband... Unfall. Doch nicht. Ach, Glück gehabt. Nee, warte mal. Doch kein Problem. Fall. Hm. Das könnte ganz knapp passen. Das aber dann, äh, ist schon sehr, sehr knapp. So, wir brauchen einen Zug. Ich will den ersten Zug. Dann baue einen, schätze ich. So, läuft an. Muss erstmal nach und nach volllaufen, Matthias. Kann leider nicht ganz Öl zu Rocketview machen. Gibt nicht genug Nitrogengas aus der Map. Oh. Und du brauchst das Zeug ja auch noch für andere Sachen. Zug. Äh, Fahrplan bearbeiten. Kupfer. Ja, nehmen wir einfach erstmal Kupfer. Du fährst bitte zu AKW Erz-Karterium Nummer 1. Speichern. Ja. Wir kriegen unsere erste Ware zum AKW geliefert. Zwar echt Kraut- und Rüben-mäßig, aber... Egal, Hauptsache funktioniert. Genau. Saatis, bitte. So schlimm. Was soll ich sagen? Wusste, dass ich verkackt habe. Okay, die sehen alle ganz nett aus. Der Micha ist mit dabei. Der Micha wurde als Raid erkannt. Oh, Abbruch. So, das platziere ich jetzt nochmal. Dann geht er nämlich direkt da rein. Dann passt das nämlich ziemlich gut. Okay. Super. Okay. Ich darf auch keine Schnellauswahlleiste mehr benutzen. Äh, einmal eben was bauen und dann wieder... Achso. Hab ich gerade. Ja. Oh, wir sind auf echtem Bahnengrund. Das ist ja bahnbrechend. Wow. Den hab ich mir ganz alleine ausgedacht. Dafür kriegst du einen Slow-Clap. Oh, ich brauch dringend diesen Sound-Alert, dieses... Oh ja. Oh. Ich hab'n Fehler gefunden. Und hier stand noch ein Zug, der einfach nix gemacht hat. Okay. 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 So, jetzt braucht der ganze Bumms hier und dann sollte die Turbodrahtproduktion eigentlich anlaufen. Und dann machen wir 1440 Turbodraht die Minute. Oh, wie geil ist das denn? Dann muss ich nur noch den Drohnenhafen umsetzen, damit und dann an der Computerfabrik das eben mal neu definieren, damit der das auch hier abholt. Den Turbodraht und nicht mehr bei der alten Fabrik. Und dann kann die alte Fabrik nämlich komplett abgerissen werden. Und das ist so das Endziel vom heutigen Stream von mir. Okay. Soll ich dir verraten, wie viel Turbodraht bei der Uranstabproduktion benötigt wird? Nein. Okay. Mehr als 1440, oder? Das 5, 4,5-fache. Warum hast du das nicht gesagt, als ich nachgefragt habe? Weil wir hätten die Möglichkeit, ich glaube, 7200 Turbodraht die Minute zu fertigen. Es wäre möglich gewesen. Jetzt bin ich fertig mit Bauen und du kommst damit an, dass das nicht ausreicht, was ich hier gebaut habe. Naja, du brauchst das für die, ähm, Turbomotorenfabrik und Quantumcomputerfabrik. 7200 Turbodraht. Wir hätten alles damit versorgen können. Nee. Ich hab gesagt, ich mach die 32 hier. Das hätte nicht ausgereicht, sag ich dir. Gut, dann darfst du dich selber darum kümmern. Ja, warte mal. Nee, Moment. Ich kann dir einfach, ich kann die ganze Maschinchen einfach übertacken. Ha, Problem gelöst. Okay. Ja, warte mal. Ich kann noch in dem Calculator... Äh, jetzt muss ich kurz den richtigen finden. Da. Ich kann dem doch auch sagen, dass der... Wo war das denn? Man könnte doch irgendwo eingeben, dass der Overclocking zulassen soll. Oder war das nur bei den Stromgeneratoren? Ich glaube, das war nur bei den Stromgeneratoren. Kaum hat's überall die Übertaktung drin, ne Strömchen leer. Ja. Ja, das brauch ich ja jetzt noch nicht machen, aber hinterher würde es theoretisch funktionieren. Erweiterte Einstellungen, sagt Peanut grad. Wo hab ich denn erweiterte Einstellungen? Ich glaub unter Optionen direkt. Nee. Was willst du denn nach der Turbodrahtfabrik machen? Äh, die Highspeed-Anschlüsse. Okay, Highspeed-Anschlüsse. Okay, dann... Nur damit du sechs Stück herstellst, brauchst du schon 180. Hehe. Warte mal. Ich mach jetzt gerade, wenn ich einen Fabrikator voll übertakte, mach ich 225 Turbodraht die Minute mal 16. Komm ich auf... Na, okay. Ich komm maximal auf 3600 Turbodraht die Minute mit meiner Fabrik. Okay. Das wäre so das Maximum, was mit kompletter Übertaktung möglich wäre. Ja. Warte mal eben. Und ich hab 10 Turbomotoren. Quantum-Computer. Warte. Ach. Okay. Es gab hier nämlich ein völlig gestörtes Rezept, was wir en masse brauchen, wo übertrieben viel Turbodraht weggehauen wird. Ich hätt einfach auf Peanut hören sollen. Bist du dir dicker, dass wir das brauchen? Ja. Ich hab mir das nicht genau hier angeguckt. Ich mach gerade ne Berechnung von 10 Plutonium-Brennstäben. Oh. Ja. Ähm. Warte mal. Hingänge. Dann kannst du dich selber um deine Turbodraht-Produktion kümmern. Ja. Jetzt harschverkackt. Das war doch eh angesetzt. Okay. Also. Ich dachte, ich bin komplett mit der Brennstab-Produktion außen vor. Ach so. Ja. Hättest du das gesagt, dann hätte ich dir das mitgemacht. Aber. Ähm. Wir haben ein anderes Problemchen. Das ist ganz gut, dass du so ein bisschen was hergestellt hast. Ähm. Für die Produktion von, äh, oder für das Abbauprodukt, die Plutonium-Brennstäbe, ne? Mhm. Brauchen wir nochmal, ähm, 3200 Turbodraht. Ja, das wird nicht funktionieren. 3200 kriege ich auch nicht hin, weil ich allein für die Highspeed-Anschlüsse schon eine Menge brauche. Dann brauche ich für meine Computerfabrik noch welche. Ähm. 3200 wird wahrscheinlich ein bisschen knapp werden dann. Okay. Aber wie gesagt, du kannst mit einer, mit einem vollübertakteten MK3-Miner auf einer Reihen-Katerium- und Kupfererzquelle 7200, ähm, Turbodraht die Minute herstellen. Mhm. Also da hättest du dann zumindestens für, äh, die eine Produktion genug. Ja. Äh. Hier zu den, zu den, äh, bei den Plutonium-Brennstäben war ich nämlich noch gar nicht. Das hätte ich nämlich, wenn wir hier alles fertig haben, danach gemacht. Achso. Also das ist, äh, wir müssen ja auch das, die Plutonium-Brennstäbe sind unsere Abfallentsorgung. Ja. Und die werden per, entweder machen wir da ein, äh, wie heißt das gleich noch, ein... Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, wie heißt das, Moment, 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 Moment. Äh, nee, ein Endlager machen wir nicht. Äh, so, entweder führen wir die, äh, Nuclear Waste per Drohne raus. Dann könnte man sich, äh, eine Fabrik aussuchen, wo man die hinstellt. Oder per Zug. Dann könnte man sich auch aussuchen, wo man die hinstellt. Und dann fährt da einfach so ein Endlagerzug durch die Gegend. So, Turbodraht wird offiziell hergestellt. Schauber. Äh, nee. Dann leuchtet noch was rot. Oh. Dann hat er das Rezept wahrscheinlich nicht kopiert. Oder? Irgendwas an, äh, kein Strom. Hä? Was zur Hölle? Oh, ja. Das ist mir auch schon öfters passiert. Dann setzt man da einfach so kack Pfosten hin. Deswegen ziehe ich immer mittig auf die Fabrik und nicht auf den, ähm, Nübbel da. Ja. So, jetzt muss ich das Produzierte... Ich glaube... Da wir sowieso Lagercontainer dafür brauchen... Mhm. Ich glaube, das könnte gut werden. Ähm... Ach, dass du die dann in die Mitte da reinbaust? Langsam eins nach dem anderen, ja. Hm. Dass ich die in die Mitte reinbaue, quasi von hier bis nach ganz vorne durch Lagercontainer, die dann halt, ne, sich nach und nach auffüllen. Mhm. Und dass ich dann von den Lagercontainern aus die Drohnen fortsspeise und gleichzeitig die, ähm, die, das Online-Lager... Ja. Das hört sich gut an. Ich weiß, ich habe ab hier... Ist das dein fucking Ernst? Die Lagercontainer sind zu breit, damit man die genau... Äh, drück mal H. Ja. Und dann kann man die eigentlich setzen, wenn man die so ineinander geflanscht hat. Nö. Dann, äh, machen wir es so. Ich platziere den jetzt erstmal hier hin. Den platziere ich dann einen weiter nach außen. So, dass in der Mitte so eine kleine Lücke ist. Dann ist es zumindest symmetrisch. Ja. Hätte ich dann auch gemacht. Aber zwischendurch will einem das Spiel doch abfacken, oder? Absolut. Weißt du, du kannst alles symmetrisch bauen. Du kannst die Förderbänder gerade machen, mit allem drum und dran. Und dann sowas. Wo du dir so denkst, so... Fuck you, Game. Oh. Oh, da wollte mir jemand wieder Viewer verkaufen. Tja. Damit hat uns Deckard's Watch eine neue, äh, ja. Einen neuen Permabann eingebracht. Ich finde, wir sollten Geld pro Permabann kriegen, oder? Ja, an sich schon. Ich finde das irgendwie lustig, aber dann wäre Twitch halt auch ganz schnell arm. Ich dachte, das wird von denen, also von den Leuten, die schreiben, dann einfach genommen. Also ich müsste das zwei weiter nach vorne, damit das hier hinten mit den, äh, Kusenatoren passt. Dann setze ich die Wand einfach noch einen weiter nach vorne und dann passt das wieder. Dann setze ich die Wand. Gibt es eigentlich eine Grenze dafür, wie viel der, ähm... Oh, eingehende Transferrate 420, okay. Okay, nee, ich, ähm... Ich schätze, ich kann deine Frage offensichtlich mit Ja beantworten. Äh, die Frage war, gibt es eine, äh, Grenze, wie viel der Bahnhof maximal ausgeben kann? Ich gehe mal davon aus, äh, einfach die Grenze der Förderbänder. Achso, ja, das ist immer das, was die Förderbänder maximal pro Minute, ähm, transportieren können. Ist automatisch die Outputrate aus jeglichen Maschinen oder sonstigem Zeug. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Was war das denn für'n Sound? Ach nee. Oh. War er verbaut? Vielleicht. Oh, dieses Kack-Game. Ich mein, das Turbotrad kann ich ja trotzdem im Inventar lassen, was ich jetzt vom Förderband und aus dem Einlager wieder rausgenommen hab, weil... Naja, ich brauche das hier irgendwann. Äh, ja. Achso. Ich hab mich grad voll konzentriert und plötzlich hat sich mein Bild bewegt. Ich bin auf dem Förderband gestiegen und hab's geistig nicht wahrgenommen und bin dann einfach das Förderband angefahren. Und das war halt... Ja. Komisch. Hm. Och nee, come on! Jetzt willst du mich aber komplett verarschen hier. Und was ist da überhaupt passiert? Einmal Förderband durch den Container durchgelegt. Tja. Ich mein, warum auch nicht, ne? Jo. Es nennt sich dann so Free Spirit und so. Freie, kreative, ähm, Umnachtung. Hm. Ah, das verursacht die Probleme. Okay. Oh. 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 Man merkt langsam die Effekte, dass ich einen zu kleinen Bahnhof habe. 2400 Items die Minute. Okay. Ah. Weil zwei MK6, äh, okay. Ja. So, das funktioniert schon mal ziemlich gut. Der... lädt gerade hoch. Da muss ich das andere Depot noch abreißen. So, genug Saates für heute. Bitte. Bitte, was? Er spricht in Zungen. Ich versteh nicht, was er meint. Ich auch nicht. Vielleicht müssen wir anfangen und für ihn beten. Ja, ich... So hört es sich an. So, jetzt kann ich das Lager nämlich wegmachen. Und auch alles, was hier hinter hängt. Kann ich aber auch zum Teil echt hart verstehen. Ja, manchmal... Ja. Nimmt einen das Game von hinten und das ziemlich trocken. Mh... Mh... Und mit sehr wenig Anlauf. Ach, es ist langsam und schmerzhaft und nicht schnell und... Okay. Ich habe hier noch zwei Pakete Lego liegen, die ich aufbauen will. Oh, holy shit. Hä? Wieso ist denn jetzt die Transferrate höher? Okay, egal. Oh, ich glaube, ich habe meiner gerade den Strom geklaut. Okay. Den müsste ich dann jetzt, glaube ich, mal eben nochmal wieder verbinden. Wann überall so Reststückchen hier rumfliegen. Mh... Oh, ich glaube, das möchte ich auch als erstes machen, den Strom wieder zu verbinden. Okay. So, habe ich hier jetzt irgendwas Fliegendes vergessen? Ich hoffe nicht. Diese Zugstrecke, ey. Mh... Mh... Aber das ist echt geil, wie so das, was du dir nachts ausgedacht hast und so über mehrere Nächte ausgemalt wurde, langsam Form annimmt. Hundertprozentig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich, ähm... Alle anderen Fabriken. Hä? Äh... Ja, also, es fehlen noch insgesamt... Und... Warte, lass mich lügen. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Oder? Ne... Vier... Vier... Ne... Vier... Ne... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs Bahnhöfe inklusive meiner. Damit die fünf Bahnhöfe hier angebunden sind. Oh. Ja. Klingt nach Arbeit. Mhm. So. Wie viel überträgt der denn jetzt? Und pro Erzbahnhof fährt natürlich dann ein Zug. Damit das nicht zu... Ähm... Nervig wird. Natürlich. Aber ich... Finde den Ablademechanismus so geil. Oh. Ja. Was? Okay, dass erklärt ist. Ähm... Der hat jetzt nur 360 rausgehauen. Übertragungs... Ähm... Mäßig. Also ich habe jetzt langsam den Katerium meiner hinten komplett ausgeschöpft. Oh. Jo. So. Und ich habe gerade noch eine bessere Idee, wie ich das Innending von dieser Fabrik gestalten kann. Vier. 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 Zwar... Möchte ich die hier... Einen weiter oben haben. Oh. Ich habe mich verzählt. Fünf. Oh. Dafür, dass ich schon um halb zehn Feierabend machen wollte und wir jetzt schon wieder Viertel vorziehen haben. Nun. Okay, es fehlen noch sechs Bahnhöfe. Hm. Ach ja, hattest du gesehen? Ich habe einen... Äh... Abzweige-Bahnhof, äh, gebaut. Jö. Also einen Bauplan erstellt, dass man einfach einen Bahnhof hinflanschen kann. Mhm. Und dann kann man von da aus weggehen. Ja, doch, 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 doch. Das hatte ich gesehen, ja. So. Ja. Oh. Ja. 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 Boah, ich glaube, wenn hier noch ein Deckel drauf ist. Das sieht mega aus. Das einzige, wo du mich dann nochmal unterstützen musst, ist, zu entscheiden, wie man den Deckel hier oben drauf setzt. Ja. Da weiß ich noch nicht. Das können wir gerne zusammen machen. So, jetzt möchte ich... Ich bin gerade ein bisschen unkreativ. Ich glaube, ich möchte mal die Petalsäulen nehmen. Was ist das? Sieht man das oben? Absolut. Ich habe das Handbäumchen. Oh, das sieht auch geil aus. Ja, und dann kann man einmal hier um die Fabrik drumherum gehen quasi. Als ob es gewollt gewesen wäre. Ja, tatsächlich. Also, ja, es sieht tatsächlich so aus, als wäre es gewollt gewesen, was es am Anfang definitiv nicht war. Noch ein kleiner Tipp bei dem, wo du gerade dran bist. Ich vermute, du willst das mittig setzen, ne? Von dem Steg selbst. Ja. Wenn du H drückst und Steuerung gedrückt hältst und dann mit dem Pfeiltasten nach vorne, machst du kleine Schritte. Achso, nee, das sollte schon hier außen sein. Ah, okay. Ich komme nicht in die Mitte von... Von dem Pfosten. Ja. Naja, so ist es fast mittig. Ja, was ein Kack. Hm. Boah, sieht das geil aus. So. Boah, das sieht bei dir richtig gut aus. Und dann hatte ich gedacht, dass dann hier, habe ich schon mal ein bisschen angefangen. Wo haben wir es denn? Das ist dann the next step. Dann wirklich so ein Laufsteg lang geht. Du hast da einmal hier unten einen Laufsteg, der lang geht und hier einen Laufsteg. Hm. Dann gibt es hier noch eine Zwischenmauer. Da weiß ich noch nicht, ob ich jetzt hier einfach eine Doppeltür einbaue. Hm. Ich brauche hier einmal die T-Kreuzung. Okay, das passt. Guck mal. Dann hat man hier nämlich außen, dadurch, dass ich das jetzt einen höher gebaut habe, auch noch ein Laufsteg über die Förderbänder. Und man kann quasi auf beide Seiten hinterher gehen. Oh, nice. Und jetzt habe ich hier natürlich auch noch ein bisschen mehr Platz für Drohnenports. Oh. Hm. Geil. Dafür fehlt mir natürlich das Zeug. Selbstverständlich. Natürlich. Ich glaube, das dürfte auch mega aussehen. Ich mache halt jetzt auf jeden Fall noch fertig mit den Drohnenports und dass ich das bei der Computerfabrik wieder richtig einstelle. Ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Hm. Oh. Okay. Vielleicht, ganz vielleicht habe ich nicht bedacht, dass ich auch das Batteriengedöns nochmal neu platzieren muss. Aber, kein Problem. Kriegen wir ihn. Ach du Scheiße. Hm. 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 Ich habe vielleicht ein paar viele Batterien. Im Inventar? Hm. Ja. 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 So. Und die möchte ich jetzt wieder so platzieren, dass sie hier genau auf der Kante steht. Und von mir aus auch, soll ich die direkt da dran machen oder soll ich da ein bisschen Abstand lassen? Ich glaube, ich lasse ein klitzekleines bisschen Abstand. Oh. Ich glaube, ich mache das hier aber dann doch anders. Ja. Und zwar... Soll das nachher unten gehen? Okay. Das ist ein bisschen cross. Das ist ein bisschen cross. Das würde genau hier oben auf die Fläche drauf passen. Okay. Jetzt muss ich dann nur noch gucken, wie man auf die Fläche hier oben drauf kommt. Äh. Aber eins nach dem anderen. Dann... Erstmal kommt hier jetzt ein Batteriechen rein. Und hier... Dann... Soll das hier... Äh... Turbodraht... Batterien... Was hältst du davon? Mit dem Lichtding in der Mitte? Ja, und diesen Bogen, der hier lang geht, mit dem Weg, der da drüber führt. Was? Achso. Da bin ich mir aber noch unsicher. Ja, ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, ne? Ja, schon. Und wenn man einfach nur... Das hier so gesehen hier rüber führt. Dann stützt man sich hier auf den... Ab... Okay. Ich glaube, die Dingestens muss ich neu... Ah, ne. Das geht nicht, weil die sich da... Ja, aber da muss ich mir noch was überlegen. Aber ich wollte es auch machen, dass man hier einmal um die komplette Fabrik drum herumlaufen kann oder durch den Bahnhof und dann einfach auf diese Fließbänder gucken kann, die nach rumführen. Ja. Deswegen habe ich auch extra mit ein bisschen mehr Abstand gebaut. Das, was hier angeliefert werden soll, ich brauche einen Splitter. Das, was hier angeliefert wird, muss... Ich bin back. Hallo, Hitoshi. Und dann... Peanut, welche Lego-Sets hast du denn? Und wie viel habt ihr schon geschafft? Ähm... An sich habe ich alle Bahnhöfe für den Zentralbahnhof fertig gebaut. Und habe einen Bahnhof im Test, der direkt schon an einem Vorkommen angebunden ist. Und ja. Und hier wird aktuell dann einfach geschreddert. Das war die falsche Werkbank. Und so wird der Aufbau hier erstmal mit allen Stationen sein, damit man einfach erstmal gucken kann, ob die Bahnhöfe vernünftig laufen. Und wie viele Züge man benötigt. Und ja. Oh, ich habe... Ähm... Im Internet habe ich mir ein paar Diskussionen durchgelesen zu Satisfactory. Mhm. Und da haben welche geschrieben, dass sie das gerne haben würden mit Fahrstühlen. Oh ja. Bin ich bei. Ähm... Eine Awesome-Sink für Flüssigkeiten. Ja. Ja, okay. Man könnte es jetzt zwar verpacken, aber ja, eine reine Awesome-Sink für Flüssigkeiten. Mhm. Ähm... Ach, was war das noch? Mehr Deko-Option. Mhm. Mhm. Ja, finde ich auch. Gerade so, so Kleinigkeiten einfach, die man platzieren kann, wie dieses... Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ganz am Anfang, bevor man das Hub das erstmal ausgebaut hat, war da so ein klitzekleines Schild mit Vorsicht rutschig. Ja. Es ist total dumm, aber ich hätte es halt gern zum Bauen. Ja, genau. Sowas halt, aber auch so halbe Wände, ähm... Und, 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 dass davon ein bisschen mehr dazukommt. Mhm. Ähm... Oh, was war denn da noch? Also, da gab es einige Sachen, die echt cool waren. Äh... Mod-technisch hatte ich gestern nochmal geguckt. Zwei, drei Mods, die würde ich gerne bei uns integrieren. Mhm. Ähm... Nur leider funktionieren aktuell Mods noch nicht, deswegen... Äh, hä? Ähm, ein Mod war, dass du zählen lassen kannst, wie viele Items gerade durch diesen, ich sag jetzt mal Splitter oder sowas durchgehen, ne? Ja. Das fand ich an sich ganz cool. Und, äh, ein anderer Mod war noch, ähm... Oh, was war denn das? Das war auch... Habe ich mir extra raus... Ah, nee. Okay, das war nur so, sowas wie... Refined Storage für Satisfactory. Also, das, äh, ME, was du gerade im... Äh, oder was du in Minecraft verwendest. 1 zu 1 umgesetzt in Satisfactory. Dass du Netzwerk-Ports nutzen musst, damit du Fabriken anschließen kannst, dann kannst du einen Importer-Exporter machen. Und ja. Ja, das hat was. Ja, dachte ich mir auch. Aber, ähm, das würde ich wiederum an sich blöd finden. Äh, weil's ja echt hart gefühlt gescheatet ist. Ja, zumal... Wenn man mal ganz ehrlich ist, braucht man das? Äh, nee. An sich nicht. Hm. Und noch irgendwas mit den, ähm... Drohnen an sich. Ich, ich glaub, das war, dass man einfach, äh, die Drohnen besser steuern kann. Ja. Also, dass man auch zum Beispiel sagen kann, okay, hey, hier haben wir den Batterie-Port. Der Batterie-Port soll bitte folgende 15, äh, Ports ansteuern. Und dann sagt er dir am Ende, äh, okay, für diese Aktion brauche ich bitte, äh, 36 Drohnen. Und dann kannst du 36 Drohnen in die, äh, in den Port reinhauen. Ja. Und dann hast du nicht mehr 40 Ports, äh, damit was verteilt wird, sondern hast einen Port, der ist dann verteilt. Hm. Also du hättest, äh, du baust dir jetzt irgendwie 5, 6 Drohnen-Ports, ne? Für die, äh, Drohnen? Hehe. Äh, und dann würdest du halt nur einen haben. Ähm, und der wird das dann an alle, die du, äh, ansteuern müssen, möchtest, verteilen. Das wär echt gut. So, ähm. So, äh, wie viel habt ihr schon, äh, ich bin auch gerade ein bisschen am Baum, bleib so lange noch im Stream. Okay. Runde Wände zu den runden Fundamenten und schräge Glas. Oh ja, da hast du recht. Oh ja. Du hast alles da, nur nicht das. Das, das fehlt echt so ein hartes bisschen. Mhm. Oh, guck mal. Also, ich mein, ja, da hast du eine kleine Stolperkante, aber das ist doch voll fein. Ja, deswegen ist es auch mit gelben Streifen abgeklebt. Genau. Das, das war's. Okay. 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 Ähm. Ne, warte mal. Hier möchte ich das gar nicht haben. Ich möchte das eigentlich ganz am Anfang schon haben. Dann brauche ich hier das da. Ne, gar nicht wahr. Du bist so schnell. Da ist es nicht. Dann war das ja presents. Bis dann bei dir ouvertern! Inehalte! Zumal Se supply-salber die Arbeit! Ok. Tschüss! Wie heute? Und du musst die pisst modern化 sein . So, hier muss ich dann mal gucken, wie ich dann runtergehe, sodass man halt einerseits muss ich halt auch irgendwie nach da unten zu der Fabrik kommen. Das wäre dann, denke ich, ganz okay, wenn ich hier runtergehe, obwohl ich nicht weiß, ob ich so steil runterkomme. Muss ich mal ausprobieren. Du könntest notfalls auch einfach einen Turm bauen und setzt eine Hyper-Tube rein. True. So, jetzt hätte ich hier gerne nochmal ein paar Metallsäulen, damit das so aussieht, als würde der ganze Puzzier fliegen. So, ich muss mal eben gucken, ob die Idee von Meisterkuchen und mir von gestern, wie die jetzt auch mal abgeschlossen aussieht. Oh. Es wurden Fehler begangen. Ja? Ja, aber keine Fabrieren denn. Oh, dann ist schon mal gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha. Oh. Das sieht gut aus. Und dann kannst du halt hier so runtergucken. Ich weiß nur noch nicht, ob ich hier zwischen den Toren noch eine Wand reinsetzen sollte. Mhm. Oder hier. Oh, Kacke. Äh, Zuschauer, ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut. Äh, und hab noch einen schönen Abend und danke fürs Dabeisein. Und, äh, ich hab's ja voll mit der Uhrzeit verplant. Ja, es ist ultraspät schon wieder. Ja, 10 nach, 10. Ja, was? Ja. Scheiße. Ich hab grad Lampen an der Decke angebracht und dabei sind 20 Minuten vergangen. Das war, ähm, what the fuck. Dieses Spiel. Macht mich kaputt. Ja. Ähm, ja. Also, ich würd mich jetzt verabschieden. Aus diesem. Streamchen. Und einmal zu dir dann rüber raiden, wenn du jemanden zum raiden hast. Äh, muss ich gleich nachgucken. Aber, äh, ich glaube, Fabi streamt. Okay. So, jetzt sind meine Drohnen-Ports hier und nicht im Betrieb. Oh. Genau nicht. Was ist dein Problem? Kein Strom. Ja, glaube ich auch. Ja, ist natürlich logisch, dass kein Strom da ist, wenn ich's nicht mit dem Boppel verbinde, ne? Hm. So, aber ich würd mich jetzt, wie gesagt, wirklich verabschieden. Ich wünsch noch einen schönen Abend. Wir gehen jetzt rüber zu Mani. Und, äh, die leitet dann weiter an, äh, Fabi. Fabi, genau. Und dann wünsch ich euch eine gute Nacht und schlaf gut, schöne Träume. Und dann sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder. Dann machen wir hier die grobe Bebauung des Bahnhofs und schließen dann alle anderen Bahnhöfe an. Deshalb, schönen Abend euch, gute Nacht, schlaf gut und dann viel Spaß bei Mani. Ich hab geradet.